Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Bradley Cooper, Adolf Hitler und Daniel Hartwig aus Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Was haben die auf den ersten Blick gemeinsam, oder? Ja, wenn ihr das zuerst hört, wahrscheinlich gar nichts, oder? Und ihr seid jetzt auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen, dann war ich ja erfolgreich. Aber sie haben doch etwas gemeinsam, nämlich unsere neueste Ausgabe, die ihr jetzt gerade auf die Ohren bekommt und zu der ich euch recht herzlich begrüße. Ich bin der Dom und ich bin ein bisschen nervös und aller guten Dinge sind drei, obwohl eigentlich doppelt hält besser. Sucht euch eines von beiden aus. In jedem Fall moderiere ich zum ersten Mal diese schöne Sendung hier, unsere Live-Shots. Und ihr wisst ja, wir beim Tele-Stammtisch besprechen nicht nur die großen Blockbuster, also natürlich auch, die bekommt ihr auch heute auf die Ohren, keine Sorge, aber natürlich auch die kleineren Filme, die außer uns wahrscheinlich nie jemand sieht oder vielleicht in irgendwelchen Hinterwäldler-Arthouse-Kinos, je nachdem. Und damit beginnen wir auch in der heutigen Sendung und das tue ich natürlich nicht alleine. Wir haben heute aber ein bisschen ein anderes Konzept, da wir ja eine relativ große Redaktion sind und wir uns hier nicht alle gegenseitig aufstapeln können, werden wir so nach und nach die Gäste hier reinholen. Und ich habe da einige erlesene Leute aus unserer Redaktion zusammengetrommelt, die einige Filme gesehen haben. Ich habe eigentlich, wenn ich überlege, fast so gut wie... Nee, ich habe tatsächlich diese Woche gar keinen Film gesehen. Schande über mein Haupt. Wer aber auf jeden Fall mit am meisten davon gesehen hat, ist der Johnny. Und den begrüße ich jetzt. Hi. Hi. Ich bin heiß, schwitzig und glipschig wie Gleitgel. Gut, damit wäre das Eis gebrochen. Glitschig wie Gleitgel, ja. Wenn uns jetzt die Kinder zuhören, dann, ja, ihr seht ja vielleicht auch dann auf unserer schönen Website, auf der ihr sehr, sehr gerne vorbeischauen könnt, unsere brandneuen Noppenfolien neue Website, tene-stammtisch.de. Könnt ihr gerne eine Beschwerdemail an uns schreiben oder vielleicht auch eine Klage einreichen an den Johnny. Äh, und wir leiten das dann natürlich an ihn weiter. Aber erst mal, äh, bleibt er hier. Und, äh, ja, ich freue mich sehr. Bin gern da. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen was zusammen gemacht. Ähm, und sind schon ein bisschen eingegroovt. Und du hast uns heute einen, ja, wirklich bunten Blumenstrauß mitgebracht. Äh, aber zuerst erst mal zu den Filmen, die du tatsächlich nur exklusiv gesehen hast. Und damit starten wir auch mit, äh, Niemand ist bei den Kälbern. Er startet jetzt am 20. Januar in unseren deutschen Kinos. Ist ein deutscher Film, wenn ich das richtig sehe. Er wird auch wahrscheinlich nur in einigen wenigen Kinos laufen. Aber Johnny, du hast ihn gesehen. Klär uns auf, worum geht's? Äh, erst mal muss man sagen, ist der neue Film Sabrina, äh, Sarabi. Die hat Pelut gemacht vorher mit Louis Hoffmann, falls man den gesehen hat. Der war damals, ähm, auch relativ gerne gesehen in den Arthouse-Kinos. Haben wir auch hier besprochen. Ja, den hab ich damals nie gesehen. Aber ich weiß, dass der dann doch bei den, unter den, äh, Arthouse-Fans gerne gesehen war. Ja. Und hier geht's jetzt erstmal um die 24-jährige Christine, die in einer Provinz lebt, mitten in Mecklenburg-Vorpommern. Und sie hat einen Freund, sie ist bei ihrer Familie und muss sich aber leider jeden Tag mit Rassismus, mit, ähm, Frauenfeindlichkeit und mit generell Sexismus und all sowas, ähm, abgeben. Und irgendwann lernt sie einen Windkraft-Ingenieur namens Klaus kennen, in den sie sich verliebt, mit dem sie Sex hat und betrügt damit ihren Freund und irgendwann sorgt das für viele Probleme untereinander. Aber primär steht halt das Problem des Landes im Fokus, wie das Landleben so ist und dass es gar nicht so Friede, Freude, Eierkuchen ist, wie man eigentlich denkt, weil das Land hat ja immer so einen Ruf, so romantisch und so schön zu sein. Und der Film zeigt, das ist es gar nicht. Also könnte man sagen, äh, fast so eine Antithese zum deutschen Heimatfilm? Ja, teilweise, ja. Der geht schon unter die Haut, der hat auch eine 16er-Freigabe. Mhm. Weil da doch auch, äh, gerne was, äh, weggesteckt wird. Weggesteckt heißt? Es gibt, äh, gibt viel, äh, es gibt viel Sex auf Heuballen oder auf, äh, Reifen und so. Auf Reifen? Okay. Auf beschaffelte Reifen waren das, meine ich. Also, oder, oder sowas ähnliches. Es war, war so ein, da steht ein Trecker und all sowas ist so eine Scheune. Und warum liegt hier eigentlich Stroh? Okay. Genau. Er hat keine Maske auf, aber. Ich wünschte, er hätte eine aufgehabt. Ja, sie spielen, wenn er nur mit Gummistiefeln im Regen. Ja. Was hat dich denn gereizt an dem? Generell, ich, ähm, wollte die letzten Jahre immer mal mehr deutsche Filme gucken, weil ich auch finde, dass seit 2017, seitdem Tony Erdmann rausgekommen ist, der deutsche Film so eine Renaissance durchmacht, immer besser wird und die deutschen Komödien irgendwie in den Hintergrund rutschen. und oft die Zeit da ist für kleinere Filme, wie Berlin Alexanderplatz, wie Systemsprenger, wie Viktoria. Und deswegen gucke ich da sehr gerne und sehr viel, auch letztes Jahr waren viele Tolle dabei, wie lieber Thomas und so, um ein paar zu nennen. Und deswegen wollte ich auch dieses Jahr da ein bisschen Augenmerk drauf legen. Und deswegen, allein wegen Saskia Rosendahl in der Hauptrolle, habe ich gedacht, okay, guckst du dir den einfach mal an. Das Poster hat mich interessiert. Und so, und ja, deswegen habe ich mir angeguckt. Saskia Rosendahl, äh, sagt mir jetzt auf den ersten Blick nichts, sie war unter anderem aber auch schon in Werk ohne Autor zu sehen. Genau, Lindenberg, auch in dem Lindenberg-Film, Babylon Berlin, Mein Ende, Dein Anfang, sowas. Oder auch zuletzt in dem, äh, soliden Fabian oder der Gang vor die Hunde, war auch mit, neben Tom Schilling. Oh ja, ein richtiger Geheimtipp, genau. Genau, äh, Stichwort deutscher Film. Genau, ich fand ihn ja nicht so gut, aber der ist definitiv mal was ganz anderes und allein deswegen im Blick wert. Okay, wie ist das mit Niemand bei den Kälbern? Äh, ich könnte mir vorstellen, dass der auch viel, äh, Lokalkolorit so mitbringt wahrscheinlich, ne? Definitiv. Also, es ist sehr, sehr lokal gehalten alles. Es spielt halt nur in diesem einen Dörfchen. Es ist sehr, alles halt sehr ländlich, soll ja auch auf dem Land spielen. Aber auch alles konventionell gehalten. Also, wer schon mehrere Dramen, die irgendwie aus Amerika auch kommen und auch so in einem Land-Setting spielen, mit dieser, mit dieser ganzen Eigenart, Eigenart von den Leuten auf dem Land, mit ihrer Mentalität und so, dann weiß man ungefähr, wo der Film hingeht und was der Film auch dann am Ende von einem will. Und der ändert hier auch nicht viel ab. Der geht in eine ähnliche Richtung. Der klappert teilweise auch ähnlich die Stops ab. Aber, ähm, ja. Es wirkt fast so ein bisschen so, als würde man, äh, ja, so die klassischen, hatte ich ja schon angedeutet, die klassischen Klischees des deutschen Heimatfilms irgendwie reproduzieren, nur um sie dann halt irgendwie hart zu brechen mit Tabubrüchen. Also, er fühlt sich nicht so an wie ein richtiger Heimatfilm. Stellenweise kriegt er es halt dann doch hin mit Bildern, die er aufnimmt und dann dekonstruiert er es. Aber den jetzt mit einem, mit einem richtigen Heimatfilm zu vergleichen, ich glaube, das wird dem nicht gerecht. Und, ähm, das versucht er auch, glaube ich, nicht wirklich. Okay. Ja, ähm, hast du, äh, gibt's irgendwas, was dir besonders gefallen hat oder eher missfallen hat, je nachdem? Ähm, unterschiedlichste Dinge. Also, ich find einmal Saskia Rosendahl in der Hauptrolle super. Die kriegt es hin, diesen Film alleine auf ihren Schultern zu tragen. Manche Nebencharaktere kriegen mir zu wenig Hintergrund und sind mir daher nicht so sympathisch oder nicht so interessant, um mich wirklich mit ihnen auseinanderzusetzen. Der Fokus liegt da doch schon deutlich auf der Protagonistin. Ansonsten ist die Regie von Sabrina Sarabi sehr direkt, sehr in die Magengrube stellenweise. Sie schafft es, Kleinigkeiten aufzublähen, dass die wirklich fies wirken und auch ein bisschen längere Zeit nachhalten, vor allem für mich, der auch vom Land kommt. Und dafür bin ich dem Film schon ein bisschen dankbar, dass er manche Sachen, die ich auch kenne, auch ausspricht, ohne wirklich ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und das mag ich sehr, dass er wirklich direkt ist und nicht irgendwie mit irgendwas hinter der Mauer hält, wie man so sagt. Also ist das jetzt nicht unbedingt ein sonderlich subtiler Film? Das versucht er aber wohl auch gar nicht zu sein, ne? Nein. Das versucht er nicht sein, das kriegt er auch selten hin. Der ist nicht subtil, der ist schon, der hat schon eine Meinung und die haut der auch raus. Also das ist auch mein Empfinden. Der knallt einem das auch vor den Latz und gibt einem auch keine andere Wahl, als zu denken, Scheiße, auf dem Land ist Kacke. Nach diesem Film. Okay, äh, ja, so wertungstechnisch, wie viel, äh, nehmen wir es mal wirklich ganz provokativ, äh, Anti-Heimat-Filme gibst du dem Ganzen denn so von 1 bis 5? Dreieinhalb. Dreieinhalb. Ja, ich fand den tatsächlich ganz gut. Er ist jetzt nichts, wo ich sage, da muss man definitiv ins Kino gehen. Der kann man auch auf Arte oder irgendwann im ZDF-Mark gucken. Dafür ist er nicht produziert, aber nichtsdestotrotz funktioniert er genauso gut zu Hause und man braucht da nicht zwingend, äh, ins Kino flitzen. Aber für das, was er aussagt, für das, was er bildlich macht und schauspielerisch, ist das definitiv einen Blick wert. Alles klar, ich muss sagen, der klingt jetzt gar nicht so völlig reizlos für mich tatsächlich. Wird sicherlich mal irgendwann in der Arte Mediathek oder so landen, ne? Ja, ich gebe mal aus. Ja. Wahrscheinlich auch gleich schnell. Ja, also so eine deutsche Filme sind ja mittlerweile, damals war es so, dass die ganz lange gebraucht haben, bis sie im Fernsehen kommt, so vier, fünf Jahre hat das gedauert manchmal, außer das sind so die großen Mainstream-Sachen wie Fuck You Goethe und der Schwachsinn. Aber jetzt in der Corona-Pandemie, da dauert es manchmal nur ein paar Monate und dann laufen sie schon im Free-TV. Ja, das geht tatsächlich im Moment richtig, richtig schnell. Das ist mir auch aufgefallen. Wir haben zum Beispiel auch einen Film, den wir auch hier besprochen haben. kann man auch sehr, sehr gerne reinhören. Ich weiß leider gerade nicht aus dem Gedächtnis, wer es ist. Shorter, das Gesetz der Straße. Ah, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Es kann aber auch sein. Ich glaube, der ist von 2019 und dann hat sich das durch die Pandemie mit den Verschiebungen anscheinend so hingezogen. Nee, der kam letztes Jahr auf Blu-ray und DVD raus. Und ich glaube, im November, Dezember oder ein bisschen früher, Oktober so, kam der schon auf ZDF-Nacht um 22.15. Ja, geht schon schnell auf jeden Fall. Ja, mittlerweile schon. Okay, dann kommen wir zu einem anderen Film, den du auch gesehen hast, den ich eigentlich auch sehen wollte. Ich habe es aber nicht komplett geschafft. Wir schwenken aber in eine völlig andere Richtung nach Frankreich über. Und zwar zu In Liebe lassen, den du, wie gesagt, auch für uns in Augenschein nehmen konntest. Der erscheint aber, soweit ich weiß, erst am 27. Januar. 20. Januar. Oder, genau, oder, ja, gut, dann ist die IMDb immer wieder falsch. Also, ich nehme jetzt meine Quelle Filmstars, steht 20. Januar. Okay, dann sind wir heute richtig, weil ich weiß und überlegen, ob wir den jetzt fälschlicherweise in der Sendung haben. Gut, du hast ihn gesehen, ich nicht. Ja, worum geht's? Es geht um Benjamin, der ist 40 Jahre alt und an Krebs erkrankt. Er hat eine Theaterschule, nicht eine Theaterschule, er ist Theaterlehrer und unterrichtet Schüler darin zu Schauspielern und so weiter. Aber irgendwann rafft ihn die Krebserkrankung so nieder, dass wir quasi den ganzen Film über einen Mann... auf dem Weg in den Tod beobachten. Das ist quasi die Inhaltsangabe. Und dabei gibt's natürlich noch Sachen, äh, Nebenplots, wie eine Sache mit seinem Sohn, mit seiner Mutter, mit dem eigentlichen Arzt und mit einer Ärztin, die er dann auch kurz vor seinem Ableben noch, ähm, interessant findet, was die Liebe angeht. Okay, wir haben ja, wir haben ja fürs französische Kino hier tatsächlich, äh, durchaus namhafte in der Besetzung, ja. Also, Catherine Deneuve, äh, Benoît Morgumet und, äh, Cécile de France. Äh, die hat man natürlich schon in einigen Filmen gesehen. Was, was hat dich an dem, an dem Stoff gereizt? Oder, äh, Entschuldigung. Hast du, hast du den, den Trailer gesehen oder wusstest du da schon länger von, dass er kommt? Ich wusste es für meinen eigenen Podcast, dass er kommt, weil ich da auch schon eine Maske für designt hatte. Und dann war halt, ähm, irgendwann ist halt im, im Verteiler dieser Film. Und dann hab ich gedacht, okay, guck's den dir mal an. Und ein bisschen war's auch ein Fehler. Da red ich jetzt gleich noch drüber. Ja, aber, ähm, ja, ich, ich wollte ihn primär gucken, weil es mich einfach gereizt hat. einen europäischen Film zu sehen, einen deutscheren, was, wie kam ich da die Nils draus? Alles gut. Dann schneiden wir raus, ne? Wie denn? Das einmal im Internet das ist schon deutscher Film. Nee, jetzt Back to Focus. Das klingt ja eigentlich, also, weil ich muss sagen, der Titel des Films, ja, klingt fast eher eigentlich nach einer ich sag's jetzt mal ganz böse Schmonzette. Das scheint aber doch ein relativ prekäres Thema zu sein. Ja, also der englische Titel ist ja Peaceful und der trifft das ehrlich gesagt noch mehr, weil er ja im Verlauf des Filmes auch von seiner Mutter und von seinem Arzt gesagt bekommt, dass er bitte Frieden mit sich und seiner Vergangenheit zu machen hat. Und das versucht er dann. Deswegen passt dieses Peaceful, dieses zu Frieden in den Tod noch gehen, wenn du alles geklärt hast und dann gehst du halt ohne irgendwas auf deiner Seele ins Jenseits. Das finde ich passt besser. In Liebe lassen, ja, es klingt wie eine Schmonzette schon. Das dachte ich auch am Anfang, bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, dass es um Krebs geht. Ja, da tut sich der Film natürlich dann beim deutschen Verleih mal einmal mehr keinen großen Gefallen. Also im Original ist der Film ja De Sans Vivant, was übersetzt so viel heißt wie Zu sein Lebzeiten. Habe ich natürlich nicht gerade in Google Übersetze eingegeben. Ähm, ja, ist vielleicht ein etwas zu unscheinbarer Titel, aber das hier klingt irgendwie fast so, als würde man die falsche Klientel ansprechen, ne? Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass da Leute dann reingehen, auch anhand des Posters, weil er da ja halt eh nicht jemanden umarmt. Das ist auch von allem Marketing vielleicht die Falschen ansprechen, die dann ins Kino gehen und sich eher vor den Kopf gestoßen fühlen, weil sie nicht mit sowas gerechnet hatten. Der Film lief ja auch bereits auf dem Festival in Cannes. Du hattest jetzt aber auch gemeint, du hast es auch so ein bisschen bereut. Woran liegt das? Ähm, ein bisschen persönlicher. Ich bin Hyporonder und es geht um Krebs. Also es war vielleicht jetzt nicht die beste Idee, sich am Abend bevor man schlafen geht, als Hyporonder einen Film über Krebs anzugucken. Das war vielleicht ein bisschen problematisch, aber der Film hat seine Schwächen, die mir geholfen haben, gut durch den Film zu kommen. Okay, zum Beispiel? Denn ja, also er schafft es nicht, mir wirklich viel alle Charaktere ans Herz wachsen zu lassen. Irgendwann ist der Film dann so spannungsarm, dass es mir auch ein bisschen egal ist, was passiert, weil das ganze Ende ist absehbar. Es werden immer mehr Charaktere hinzugefügt, die wir eigentlich gar nicht brauchen oder den Kohlen nur zu fett machen. Und das hat mich irgendwann immer rausgerissen. Es hat mich auch von der Krebsthematik ein bisschen rausgerissen, obwohl die immer allgegenwärtig ist. Aber irgendwie hat es mich dadurch ein bisschen kalt gelassen. Bis auf die letzten fünf Minuten, wo ein sehr, sehr schöner Song gesungen wird, wo ich dann auch Gänsehaut bekommen hatte. Aber wir haben heute noch einen anderen Film, wo Musik vorkommt, wo ich auch Gänsehaut hatte. Ja, da geht es eher nicht um Krebs, nein. Nee, da geht es nicht um Krebs, aber ich verstehe, wenn Leute sagen furchtbar, aber ich hatte meinen Spaß. Okay, okay. Forschedowing. Ja, sehr subtiles vor allem. Ja. Das klingt doch alles ein bisschen durchwachsen tatsächlich jetzt für den in Liebe lassen. Ja, also das, was gut ist, ist das Schauspiel. Definitiv. Also das ist schauspielerisch auf bestem Niveau. Katharine Deneuve heißt sie, glaube ich. Wenn ich so die ausspreche, sie bleibt ein bisschen in ihr hier in Erwartungen zurück. Sie ist ein bisschen stocksteif, aber sie hat auch nicht mehr zu tun, als die traurige Mutter zu geben und immer, wenn sie in der Nähe ihres Sohnes ist, ist zu weinen. Und ansonsten unser Protagonist, der kriegt es halt hin, Benouille Magimel, den, diese Zerrissenheit, diese, die, naja, alles Gute auf den Zuschauer zu übertragen, wie es ist, wenn du nur noch sechs bis zwölf Monate zu leben hast und du weißt, dass jeder Tag, ne, kannst du abkreuzen, dass das immer weniger ist und du, und irgendwann kannst du alle Sachen nicht mehr nachholen und die Zeit ist so schnell vorbei. Der kriegt das toll hin. Also schauspielerisch ist das gut. Auch der Arzt ist toll. Ich weiß gerade nicht seinen Namen, aber der ist auch ganz toll. sie kriegen es mit der Musik gut hin. Also ich finde, der ist für, für einen Krebsdrama ist der sehr musikalisch. Es wird sehr viel gesungen in diesem Film und das fand ich dann irgendwann doch schön, auch wenn er sehr konventionell ist und wenn du einen Krebsdrama gesehen hast, dann hast du alle gesehen und auch hast du auch halt fiesvoll gesehen. Ist leider so. Aber gut, ich, am Ende ist er solide. Nicht mehr und auch nicht weniger. Okay, und solide heißt bei dir ausgedrückt in? Drei. Drei Sterne, weil, ne, fünf ist schon Mittelmaß, ne, also fünf von zehn jetzt mal ist Mittelmaß, deswegen zweieinhalb von fünf ist Mittelmaß. Und wenn er so solide ist und so mit einzelnen Punkten noch gerade so übers Mittelmaß rüberkommt, dann ist er so drei und ich finde, da passt der perfekt rein. Okay, auch wieder so ein, es wird sich abnutzen am heutigen Abend, aber es ist so ein Arte-Mediathek-Film, habe ich das Gefühl. Ja, der sogar wirklich. Also ich weiß, ich kann sein, dass der eine Arte-Produktion, eine Co-Produktion von Arte ist, aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Beim Vorspann gucke ich ehrlich gesagt nicht so oft hin. Ach was, okay. Ja gut, vielleicht gucken ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hin. In jedem Fall können sie jetzt noch mal hinhören, denn wir bleiben tatsächlich in der Ecke Frankreichs und während ich diesen Film in dem Einspieler, den ihr jetzt auf die Ohren bekommen werdet, zusammen mit der Kollegin Katharina, falsch ausgesprochen habe, mache ich es jetzt hier richtig, denn der Film heißt Effigy? Ja. Das Gift, Gott, wie heißt der? Das Gift der Stadt oder so ähnlich? Das Gift und die Stadt. Das Gift und die Stadt, genau. Ja, aber der Titel ist eh egal. Genau, und ja, der Titel ist eh egal, er kommt nämlich wohl im Film laut Katharina und auch dir kein einziges Mal vor, aber wie Katharina ihn fand, sie ist leider heute nicht zugegen, sie ist weder in Schweden noch in Österreich und erst recht nicht hier, aber wir holen sie jetzt einfach mal hier hin, beziehungsweise ihr zwei Tage altes Ich und sie erzählt uns, was sie dazu zu sagen hatte. Viel Spaß. In Zeiten von Corona sind wir es ja mittlerweile gewohnt, dass Filme mit ordentlicher Verspätung in die Kinos kommen, aber dieser Film hier ist noch mal ein Sonderbeispiel, denn er stammt mittlerweile aus dem Jahr 2019 und kommt jetzt mit, ja, gefühlten oder wahrscheinlich sogar zwei Jahren Verspätung in die Kinos. Hier geht es um Effigier, das Gift und die Stadt, ich glaube, das ist französischer Titel, aber mit Französisch halte ich mich lieber zurück, denn als ich das letzte Mal versucht habe, Französisch zu sprechen, war auch schon jemand hier, der auch kein Französisch kann, dafür aber ordentlich österreichisch, nämlich die Kathi, hi. Hi. Ich habe auch keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, ich glaube eher Effigie oder so, aber... Du hast den Film noch gesehen. Ja, aber ich sage das Wort in diesem Film kein einziges Mal. Ja gut, ja, das ist auch mal herrlich, wenn der Titel kein einziges Mal fällt. Naja. Gut, kurz und schmerzlos, du bist zwar in Schweden, aber trotzdem immer noch Österreicherin, sag uns doch mal, worum es hier geht. Also, es geht um eine Protokollantin am Bremer Gericht, die heißt Kato Böhmer und es geht um einen wahren Fall, der sich 1828 zugetragen hat, nämlich eine Frau namens Gesche Gottfried, die angefangen hat, Leute mit Arsen zu vergiften und es geht halt eben darum, wie sie die, sie dann schnappen, wie sie draufkommen und dann ein bisschen der Prozess und wie gesagt, das ganze beruht auf wahren Fallakten, also diese Gesche Gottfried gab es wirklich, die hat wirklich Leute vergiftet in Bremen damals. Okay, ja, ich, so vom, ganz vage vom Namen her sagt mir das, was, ironischerweise nicht vom Namen des Films her, also es klingt nach einer, eigentlich nach einer Serienmörderin, wenn man es so will. Ja, ist sie auch irgendwie, weiß ich nicht, 16 Leute oder so umgebracht, alle halt vergiftet, indem sie das, dass sie halt ins Essen gemischt hat und dann halt sind die halt logisch aus einer Vergiftung gestorben. Wo würdest du denn den Film dann so vom Genre her verorten? Eher als Historien, Kostümfilm eher, also er hat jetzt, hat keine irgendwelche Action- Momente oder irgendwelche Spannungsdinge, die man in so einem Serienmörderding irgendwie denkt, dass sie da sind, das ist eher so alles sehr ruhig und es schaut alles sehr schön aus, die Kostüme sind sehr schön, die Sets sind sehr schön, aber dass da jetzt irgendwie groß Spannung aufbaut wird, das liegt vor allem auch daran, dass der Zuschauer im Prinzip von Anfang an weiß, wer jetzt die Mörderin ist. Ich meine, beruhrte auf Begebenheiten, aber ich kannte den Fall halt nicht, aber es wird einem ziemlich früh klar, wer halt die Mörderin ist und dadurch kommt dann auch nicht wirklich irgendwie Spannung, irgendwie keine Spannung aufbaut, weil das halt, keine Ahnung, das schafft der Film auch nicht wirklich. Okay, was hat dich denn so an dem Stoff gereizt oder hattest nur du den Trailer gesehen und dir gedacht, ja, könnte was sein? Ja, ich habe den Trailer gesehen und auch irgendwie, dass es halt um diese Protokollantin geht, die glaube ich auch fiktiv ist, also ich habe mich da ein bisschen in diesen Fallen eingelesen und diese Protokollantin, die da die zentrale Person ist und mit der das alles läuft, die gab es auch, glaube ich, nicht, so weit ich das herausgefunden habe, aber ja, ich fand einfach das Thema interessant, ich fand das interessant, dass es irgendwie eine Serienmörderin ist, die halt vor irgendwie 200 Jahren Leute umgebracht hat und was sie da aufgearbeitet haben, wie sie das geschafft hat und wie sie dann überführt haben, fand ich halt für einen interessanten Stoff. Also das wird dann nicht aus ihrer Sicht erzählt, sondern aus der dieser fiktiven Protokollantin, die dann so in diesem Fall verwickelt wird oder die die Jagd nach, der mitbekommt oder wie ist das genau? Ja, genau, so am ersten noch von dieser Karo Böhmer eben, die da als irgendwie erste weibliche Protokollantin eben an das Gericht in Bremen kommt und dann gleich mit diesem Fall sozusagen konfrontiert wird und dann dem Senator ihm hilft, der Protokoll zu führen und dadurch hat er auch alles mitbekommen, was so in diesem Fall passiert. Finde ich ja auch immer wieder so ironisch, dass man wahre Begebenheiten nimmt, aber das Ganze dann drum herum schreibt um eine komplett fiktive Figur. Also wirkte das denn glaubwürdig auf dich oder weil das Problem ist nämlich bei solchen Filmen oft, dass diese fiktiven Figuren angereichert sind, oft mit einer Sicht aus der heutigen, also von der heutigen Warte und dass die nie so wirklich in diese Zeit reinpassen. Wie ist das hier? Also das fand ich nichts. Also ich habe das nach dem Film gelesen und habe da halt immer diese Karo Böhmer halt nichts gefunden, aber in dem Film stört die nicht. Also die wirkt nicht wie ein Fremdkörper oder so. Aber insgesamt hat der trotzdem bei dir nicht so wirklich Eindruck hinterlassen können, habe ich den Eindruck. Ja, es hat ganz komisches Pacing auch. Also es gibt so Handlungsstränge, es geht auch in diesem Streit um, ob Bremen jetzt einen Hafen bauen soll oder eine Eisenbahn, um sich halt an der Welt anzuschließen. Und da gab es so Sachen, die haben da nicht wirklich reinpassen. Ja, das ist einmal kurz wichtig, aber dieses, das hat man auch komplett weglassen können und dann vielleicht sich mehr auf diese Mörderin konzentrieren oder dann vielleicht noch ein bisschen mehr aus dem Prozess oder was dann bei dieses, ich habe nachgelesen, es naht und die freuen sich dann, wenn sie Gefangenschaft ist, auch an und so. Das wären meiner Meinung nach spannendere Themen gewesen, als dann dieses Eisenbahn-Hafen-Ding, was auch immer. Ja. Ja, und was ich, was ich irgendwie angehalten muss, ich fand die Dialoge sehr aufgesetzt. Man hat teilweise wirklich gemerkt, dass es halt so, okay, im Drehbuch steht das und das, ich sage jetzt das und das. Das hat mich manchmal ein bisschen rausgerissen. Schon ein bisschen verwunderlich, wenn du meinst, der Film hat auch so Probleme mit dem Pacing, also vielleicht auch mit dem Tempo, weil ich meine, der geht ja mit Abspann gerade mal 85 Minuten. Ja. Hatte der also wirklich Längen für dich? Längen nicht, aber Sachen, die ich irgendwie trotz der 85 Minuten unnötig fand. Mhm. Also halt diese ganze Eisenbahn, was auch immer, Geschichte. Ja, genau. Da gibt es halt diesen Gegenspieler, der halt, also der Senat ist halt für die Eisenbahn, der Gegenspieler für den Hafen und der Film fängt auch damit an. Das wird dann einmal kurz wichtig, aber das hätte man auch, also das hätte man auch nicht braucht, um irgendwie die Handlung zu verstehen. Ja, ich weiß nicht, hast du noch was, was du zum Film loswerden möchtest? Ansonsten gibt es da, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen, habe ich das Gefühl. Kannst du gerne deine Wertung ansonsten hinterher schieben in 1 bis 5 Effigier oder wie auch immer das heißt. Oh Gott, ich, 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 französisch lesen geht so, aber Aussprache bin ich nicht gut. Bildnisse heißt das ja auf jeden Fall übersetzt, kannst du vergeben 1 bis 5. Also es klingt jetzt alles sehr negativ, was ich gesagt habe, aber an sich hat nicht, waren diese 85 Minuten jetzt keine verschwendete Zeit. Ich fand die Thematik sehr interessant. Ich habe mich, wie gesagt, auch da eingelesen dann, was eigentlich ja immer ein gutes Zeichen ist. Kann man mal schauen, wie man sich dann verdressiert auch, wenn man irgendwelche Historienfilme, Kostümfilme so mag, weil der schaut schon echt gut aus. Also würde ich dem solide 2,5 von 5 geben. Ja, im Mittelfeld, das klingt ja ganz ordentlich. Ich nehme an, das ist ein Film, der, ja, wenn er mal irgendwie in der ARD-Mediathek oder so landet, kann man sich den sicherlich mal ansehen, aber jetzt glaube ich eher nicht im Kino, würde ich mal sagen. Also auch nicht mit dieser wirklich bizarren Verspätung von schätzungsweise zwei Jahren mindestens. Aber gut, dann herzlichen Dank, Kati. Ja, und wir hören uns wahrscheinlich in Zukunft vielleicht bei einem mehr oder weniger besseren Film. Je nachdem, mach es gut. Ciao, ciao. Ja, danke. Ciao. Ja, und da sind wir natürlich wieder live. Die Kollegin Kati war ja eher so mittelbegeistert. Johnny, du hast ihn ja auch gesehen. Wie war es bei dir? Furchtbar. Okay. Ohne, einfach wirklich gesagt, furchtbar. Das ist, also vieles, was sie gesagt hat, kann ich nachvollziehen. Also der Fokus liegt nicht wirklich kaum auf der Serienmörderin, sondern alles um sie rum. Er auf der Stadt Bremen anstatt auf der Killerin, fand ich. Und es hat halt keinen Sinn gemacht. 85 Minuten, um eigentlich einen Fall einer Serienmörderin zu erzählen, ist viel zu wenig, wenn man dann auch noch den Plot anreichert mit fiktiven Charakteren, mit unterschiedlichsten Plotlines, die überhaupt keinen Sinn machen und ins Leere laufen. Das macht keinen Sinn, das funktioniert nicht. Was ich nicht ganz verstanden habe und ich fand den Film sehr hässlich. Also der sieht halt wirklich aus wie ein Abendprogramm für den ARD. Also wirklich für den ARD produziert, als würde der da einfach laufen nach Rosemunde Pilcher. Man merkt nach der Werbung nicht mal, dass da überhaupt irgendwie eine Werbung zwischen war. Man denkt immer noch, es sei der gleiche Film. Und das fand ich ganz problematisch. Die Schauspieler können alle nicht spielen. Es fühlt sich an, als würde ich mir ein überlanges Theaterstück angucken, weil sie halt alle für die hinterste Reihe spielen und die Dialoge sind halt dementsprechend auch aufgesetzt und einstudiert. Und nichts macht Spaß. Ich finde die Sets nicht gut. Ich finde die Schauspieler nicht gut. Ich finde das Pacing furchtbar. Die Storylines sind furchtbar. Und nichts in diesem Film macht in irgendeiner Weise Sinn. Also es ist wirklich der absolute Quatsch. Und warum auch immer man diesen Film zwei Jahre lang nach hinten verschieben musste, um den dann im Kino zu bringen. Das tut mir leid. Da hört bei mir jedes Verständnis auf. Nee. Das setzt den ganzen Mikrone auf. Ja. Ja. Also das ist wirklich nicht gut. Nicht gut. Und deswegen sage ich ja, keine Ahnung. Keiner wird sich zum Kinostart ins Kinosal begeben, um FLG irgendwie in den Kinos zu gucken. Ja genau. Wird niemand machen. Nein. Er wird so oder so kaum irgendwo laufen. Ja. Kann man mal von ausgehen. Frag dich mal warum. Was aber auch eher nicht in den Kinos laufen wird, dafür aber eher auf den heimischen Streaming-Diensten, sind eben ein paar Neustarts bei Netflix, die sich jemand anders für uns angesehen hat, den ich jetzt auch recht herzlich begrüße. Ihr kennt ihn alle. Wir lieben ihn alle. Ich nur ein bisschen. Ihr anderen sehr viel mehr. Aber trotzdem begrüße ich ihn. Hi Sven. Hallo. Ja. Schön, dass du mit dabei bist. Auch zum ersten Mal live, oder? Ja. Allerdings. Die Nervosität lässt nach, glaube ich. Oh Sven, deine Stimme. Ja, gerade vorhin hatte ich noch schwitzige Hände, aber dann dachte ich, ja gut, das ist eigentlich wie immer. Okay, das ist eigentlich wie immer. Okay, ach Gott, wir sind so eingespielt und routiniert. Ja, du hast uns was mitgebracht. Zwei Netflix-Streifen, die du gesehen hast, beziehungsweise eine Serie und einen Streifen. Worüber möchtest du zuerst sprechen? Oh, machen wir erst den Streifen. Okay. Und zwar habe ich mir angeschaut. Paul einen auszuwischen. Allerdings. Und zwar habe ich mir angeschaut, Riverdance. The Animation Adventure. Geht lässische 90 Minuten. Und wurde eigentlich auch eher durch Paul irgendwie so ein bisschen aufmerksam drauf. Der mich dann hat wieder hängen lassen, weil ich gesagt habe, ich gucke ihn mir an und bespreche ihn aber nur, wenn Paul mitmacht. Und Paul hat gesagt, er macht mit. Er hört gerade zu, denk dran. Ja, ich weiß. Ich komme erst mal schnell zur Handlung hier. Und zwar geht es darum, Keegan lebt bei seinen Großeltern auf einer Insel. Sein Großvater ist der Leuchtturmwärter. Laut einer uralten Sage hält das Leuchtturmlicht den Huntsman. Das ist so ein kugelrunter, böser Wiley-Koyote-Verschnitt mit Bauarbeiter-Dekolleté. Okay, dieses magische Licht hält ihn zurück und hält ihn auch davon ab, irgendwelche magischen Elche, Elche sag ich, jetzt sag ich auch schon Elche, Hirsche, deren Geweih zu entfernen, um damit praktisch die Flüsse lahmzulegen, womit ja alles Leben beginnt und endet. Als aber der Großvater stirbt, stürzt natürlich Keegan in eine kleine Krise und wird dann von seiner Freundin mit an einen magischen, geheimnisvollen Ort genommen und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. Okay. Ich weiß. Das klingt gar nicht mal so schlecht, aber unterm Strich geht es doch, glaube ich, um tanzende Elche, oder? Also tanzende Elfen wären auch nicht schlecht gewesen. Tanzende Elche sind Hirsche. Es ist gar nicht so, also als ich die Überschrift gelesen habe, dachte ich, okay, Riverdance, hm, tue ich mir das an. Irgendwelche steppenden Zeichentrickfiguren. Aber tatsächlich ist es gar nicht so viel. Es, ja, es, ach, sie haben meiner Meinung nach zwei kleine Fehler gemacht. Und zwar zieht sich alles relativ lang, bis es dann wirklich auch zum Huntsman kommt. Und das dazwischendrin, ja, es gibt immer wieder mal eine kleine Sing-Einlage und eine kleine Steppeinlage, aber das ist alles nicht so dramatisch, wie ich es mir wirklich vorgestellt habe. Mhm. Und, ja, es ist ein Spaß, ja. Das wurde ja sehr geil vom Kollegen Paul. Also, ähm, ich muss zugeben, wenn ich mir so die Bilder betrachte, der Animationsstil erinnert mich sehr unschön an Jagdfieber, den es mal gab. Das war so die Anfangszeit, wo Sony unbedingt Pixar irgendwie nachstellen wollte und dann das überhaupt nicht so ausgereift war. Äh, ja, da gibt es auch, glaube ich, tausend Teile von. Aber wird es von Riverdance wohl noch mehr zu sehen geben? Was meinst du? Hm, ich weiß es nicht, weil, wie gesagt, also ganz so katastrophal ist er nett. Man könnte ein bisschen, man hätte mehr draus machen können. Es gibt halt auch wieder schöne Sidekicks. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass die irische Folkmusik leider etwas zu kurz kommt. Man hat so leichte keltische Klänge alles mal drin. Aber da hätte ich mir ein klein bisschen mehr gewünscht. Ob es eine Fortsetzung gibt? Oh Gott, ja, allein schon wegen den Fröschen und den Schafen würde ich mal so angucken. Die waren nämlich echt witzig. Wir haben ja durchaus auch einen namhaften Voice-Cast, ne? Also, Pierce Brosnan oder Brandon Gleeson als dieser Huntsman, den du ja schon erwähnt hast. Brandon Gleeson, muss ich ja sagen, bin ich ja großer Fan von. Und auch akustisch macht er was her. Ja, ich muss halt sagen, der Look gefällt mir auf den Bildern bisher überhaupt nicht. Wobei er auf den Bildern schlechter aussieht, als er wirklich ist. Der ist gar nicht schlecht. Sie haben zwischendrin, haben sie auch so gemalte Bilder, wenn sie gerade so die Geschichte auch so ein bisschen vom Huntsman erzählen. Das fügt sich gut ein und dann hast du wieder, also wirklich gute Animationen auch. Also, es ist jetzt kein Jagdfieber 25 als DTV, sondern da steckt schon ein bisschen Geld drin. Das sieht man schon. Johnny, hast du nicht auch gesehen? Nee. Nicht? Okay. Hätte ich jetzt gedacht, vielleicht. Ich habe vorher von euch schon mal davon gehört, aber ich habe mich auch nie danach irgendwie interessiert, das mal nachzurecherchieren. Ich dachte immer, es ist eine Aufnahme von einem echten Riverdance-Ding auf irgendeiner Bühne mit Live-Publikum. Ich dachte, so ein Scheiß ist das. Und ich dachte, was guckt ihr euch da für Müll an? Und jetzt sehe ich erst, das ist ein Animationsfilm. Ich bin aus allen Wolken geflogen. Sagt derjenige, der hier mit dem Dschungelcamp reinkam, aber okay. Ja, Dschungelcamp ist auch erstaunlich guter Kontext. Okay, da kann man sicherlich drüber streiten. Sven, also gibst du eine Empfehlung oder wie sieht es aus? Ja, also ich gebe drei von fünf Fröschen. Er hat mir schon Spaß gemacht. Es ist leider nichts Neues. Es ist auch ein ganz, ganz leichter Fäkalhumor drin. Aber für die Kleinen kann man trotzdem, also so ab sieben, acht ist es schon okay. Da kann man seinen Spaß mit haben. Also wie viele Geweihe dürfen es sein? Ja, drei. Ich gebe drei Geweihe. Drei von fünf. Ja, das ist schon ganz gut. Ich sehe auf einem Bild zu dem Film irgendeinen Charakter, der sieht aus wie so ein Käpt'n. Der sieht aus wie eine Mischung aus dem Kollegen, Käpt'n Haddock und Sully aus den Uncharted-Spielen. Das ist, glaube ich, der Großvater. Ja. Das ist der Großvater? Ja, der sieht aus wie so ein Käpt'n. Ich glaube, das ist der Großvater. Gesprochen von Pierce Brosnan. Ah, der wird von Pierce Brosnan gesprochen. Ja, super. Ja. Ja gut, ab und zu hört man ihn noch, ne? Außerhalb von... Welcher Film von ihm war denn in den letzten Jahren wirklich gut aus der Eurovision Song Contest? Ja gut, da wurde auch gesungen, aber da hat er eher nicht gesteppt. Aber hier tut es ja auch nicht. Wobei, wer weiß, vielleicht wurde der Film ja auch so gedreht wie die Rotoskopie-Filme. Und die haben in Wahrheit Riverdance auf einer Bühne gemacht und da wurde dann halt CGI drüber geschmiert. Kann ja auch sein. So Polar Express mäßig. Oh, ja genau, Polar Express CGI. Ja, ja. Bitte nicht. Furchtbar. Kommen wir mal lieber zu was anderes, was Sven noch gesehen hat. Nämlich die Serie Archive 81, wenn ich das richtig sehe, von James Wan, der ja durchaus einigen Begriff ist, insbesondere im Horror-Genre. Verabschiedet sich jetzt demnächst wieder in die unendlichen Tiefen von Aquaman 2. Äh, nachdem er ja den sehr erfolgreichen ersten Teil gemacht hat und jetzt zuletzt seine Fingerübung Malignant in den Kinos lief. Äh, Sven, du wolltest die unbedingt sehen. Genau. Äh, ja. Womit kriegen wir es hier zu tun? Also, es geht darum, dass Dan, ein sehr talentierter Restaurierer von Tapes, egal ob jetzt Audio oder Bild, bekommt einen lukrativen Auftrag. Und zwar soll er an einem abgeschiedenen Ort für eine dubiose Firma verbrannte Videotapes wiederherstellen. Dabei stößt er auf Melody, die auf diesen Tapes ist, die vor 25 Jahren in einem Gebäudekomplex Interviews geführt hat und auch einem Geheimnis auf die Spur kommt. Doch das Problem ist, dass sich Dans Realität auf einmal anfängt zu verschieben und er nimmer weiß, was ist Realität, was ist Fiktion, weil er nämlich auch eine Vorgeschichte hat und zwar einen kompletten Nervenzusammenbruch. Und mehr möchte ich nicht sagen, sonst verderbe ich vielleicht den Spaß. Okay, James Wan hat die Serie eher wohl produziert, wie ich das sehe. Genau. Ja gut, er hat wahrscheinlich zwischen zwei Blockbustern und seinem kleinen Giallo nicht so viel Zeit gehabt. Ähm, ja, du warst ja ziemlich scharf auf die Serie. Hat es sich für dich gelohnt? Jein. Ja, mit James Wan kann man halt gut ködern. Es ist trotzdem, also es ist keine schlechte Serie, aber ich hab mir deutlich mehr erwartet. Okay, mehr inwiefern? Mehr, also um Horror würde ich jetzt jein, das ist schwer zu sagen, ohne wirklich massiv zu spoilern, aber es gibt einfach der, nennen wir es mal den Suspense-Teil, der ist mir ein klein bisschen zu mau. Es gibt immer wieder Superspannte, der ist auch sehr düster, es ist alles sehr trostlos, es gibt kaum helle Farben, es ist alles ausgewaschen, ausgeglichen. Das verleiht dem Ganzen schon eine wirklich sehr eklige und auch, ja, teilweise gruselige Atmosphäre, aber mir hat so der gewisse Kick noch gefehlt. Mir geht's nicht um den Gore, sondern mir geht's einfach um die Spannung. Und die hat für dich teilweise nicht so gefruchtet, meinst du? Nein, damit konnte ich dann teilweise, wo ich dachte, oh ja, das soll jetzt besonders ein gewisses Bild oder sonst irgendwas hervorheben und du hockst nur, also zumindest mir ging's so, ich saß vorne dran und dachte, okay. Okay, ja, ja, okay, spannend, ja. Und er ist leider etwas, etwas vorhersehbar. Das hat mir so auch so ein klein bisschen den Spaß genommen, weil ich dachte, wenn ihr jetzt das noch bringt und dann das noch bringt, das wäre dann schon ein bisschen, hm. Und dann hat sich eins bewahrheitet, das andere nicht und ich dachte, naja, okay, egal, komm, guck weiter. Ja gut, über acht Episoden so die Spannung zu halten, ist halt auch so eine Sache, ne? Ja. Nee, das auf jeden Fall. Also die Darsteller machen ihre Sache wirklich hervorragend, das muss man wirklich sagen. Die machen ein super Spiel und du nimmst jedem auch irgendwas ab. Aber das Problem ist mir einfach, die, sie hätten, gewisse Teile lassen sie im Dunkeln, da wartest du ewig drauf, bis es zu einer gewissen Lösung kommt. Aber so Sachen wie seinen Nervenzusammenbruch, den man ja ruhig erwähnen kann, das machen sie schon in der ersten Folge gleich zum Hauptthema. Das hätten sie sein lassen können. Hätte man das noch ein bisschen mehr in der Rückhand gehalten und hätte erst später damit gespielt, hätte es vielleicht noch einen besseren Clou gegeben. Der Hauptdarsteller ist ja, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Mahmoudou Afyeh oder Afyeh, der ist ja, ja, durchaus, also in Blackbox war der zum Beispiel dabei, ist jetzt auch demnächst in Jurassic World Dominion, dieses Jahr dann endlich mal zu sehen. Äh, der scheint ja zumindest einen guten Job zu machen. Absolut, absolut. Der spielt diesen gebrochenen Charakter sehr gut. Man kann's nachvollziehen, es ist auch seine, seine Körperhaltung, Mimik, Gestik, auch so die, also die, die Gestik, ne, die Mimik ist als nett so ganz vorhanden. Das sieht eigentlich nur so ein bisschen eingefroren aus, was auch super auch zu seiner, zu seinem Krankheitsbild und so weiter passt. Das haben sie schon wirklich hervorragend gemacht. Also an den Schauspielern gibt's überhaupt nix zu meckern. Johnny könnte dich denn so irgendwie James Warren hinterm Ofen hervorlocken? Also, äh, ich, ich fand Melignan schon furchtbar und unerträglich, konnte mir den nicht angucken, ohne dass ich mir alle fünf Minuten vor den Kopf geschlagen habe. Und, äh, jetzt hab ich auch keinen Bock auf Archive 81. Vor allem, weil ich Mamoudou, äh, Mamoudou Azzier, ähm, in Blackbox, wie du ja schon sagtest, auch so identitätslos fand. Er hat's so einfach runtergespielt und, eh, keine Ahnung, wenn, wenn ich einen ersten Film mit jemandem gucke und der direkt keinen bleibenden Eindruck hinterlässt, dann hab ich immer irgendwie so eine Antipathie gegen die Person. Und hier ist es dann genauso. Und das schreckt mich irgendwie ab. Deswegen hab ich da auch keine, keine wirkliche Lust drauf. Na, ich könnt mir vorstellen, dass Netflix da tatsächlich Leute anlockt mit dem großen Namen James Warren und er dann gar nicht mal so viel damit zu tun hat. Ich hab den Eindruck, dass sie vielleicht da auch so ein bisschen in die Kerbe schlagen wollen von dieser, äh, Apple-Serie Severance, wo ja, äh, M. Night Shyamalan, glaub ich, federführend ist. Ja, aber die ist gut. Da ist Rupert Grint auch mit bei. Die ist echt gut. Okay, ja, die wurden mir auch schon oft empfohlen. Ähm, ja gut, Shyamalan bin ich irgendwie durch mit. Aber, äh, irgendwann packt mich dann doch eine perverse Neugierde. Also, Sven, alles in allem, würdest du sagen, kann man lassen oder doch mal reinschauen? Nee, man kann's auch wie, ach Gott, um Gottes Willen, das war jetzt kein Verriss. Es ist, es fehlt, mir persönlich fehlen einfach nur so ein paar, ein paar Eckpunkte. Nein, man kann's es auf jeden Fall angucken, aber der Horror-Aspekt ist, oder der Grusel-Aspekt ist sehr, ist sehr gering. Es ist schon Drama, er steigert sich gegen Ende noch ein bisschen, aber man muss dem Ganzen wirklich Zeit lassen. Mhm. Es auf sich wirken lassen und man darf nicht erwarten, ich mach jetzt an und nach 45 Minuten rennt der Rasenmähermann durch die Gegend und es spritzen Arme und Beine oder sonst was. Das, das, äh, wird nicht passieren. Also, er ist nicht wie Melignin. Nein, nein, nee, das kannst du, nee, kannst du nicht vergleichen. Ja gut, ich, ich kann dir nicht beurteilen, ich hab weder Melignin noch den hier, äh, die, die Serie gesehen. Melignin, werd ich vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Der Kollege Lasse, schöne Grüße an dieser Stelle, hat den ja sehr gehypt sogar zu seinem Top-Film oder Lieblingsfilm des letzten Jahres erklärt. Äh, mach ich mir auf jeden Fall selber noch ein Bild von, ja, was, äh, gibt's da? Archive, äh, 81. Äh, nee, bewerte den Film noch mal, äh, oder die Serie mal mit etwas, was wahrscheinlich gar nicht so präsent ist und eher ungewöhnlich für James Wan dann an der Stelle, nämlich Jumpscares vielleicht. Ja, Jumpscares, ähm, ich hätte zwar eher Videotapes, egal. Ähm, Jumpscares vergebe ich 3,5 von 5. Okay, das klingt... Und das Schauspiel, nee, das ist, das, man kann sich's schon angucken, aber ich hab ein bisschen mehr erwartet. Aber ist, ist James Wan nicht bekannt für Jumpscares? Allein Conjuring ist ja bis zum Bärsten voll mit den Dingern. Ja, natürlich, oder, ja, oder gerade die Sachen, die er auch produziert hat, The Nun zum Beispiel, The Nun hat, glaub ich, alle 5 Minuten oder alle 4 Minuten einen Jumpscare. Ja, dann brauchst du echt einen Herzschrittmacher. Ja, wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer können sich natürlich sehr, äh, gern selber von überzeugen. Läuft seit dem 14. Januar, glaub ich, auf Netflix und wie man das so kennt, bei Netflix ist das wahrscheinlich typische Binge-Ware. Ja. Kommen wir aber zu was anderem, was man, äh, noch nicht bingen kann, dafür aber eher im Kino erleben. Und zwar, der Johnny hat es vorhin schon angedeutet, äh, kommen wir zu unserem ersten, wirklichen Blockbuster im Januar, äh, und der Januar ist ja unbedingt nicht so der Blockbuster-Monat. Sing 2, das Sequel zum, ich weiß gar nicht, wie erfolgreich der erste Teil war, aber ansonsten hätten wir wahrscheinlich jetzt kein Sequel. Äh, der Film ist auch schon wieder ein paar Jahre alt, von 2016 das Original. Jetzt kommt die Fortsetzung, ihr habt sie beide gesehen und jetzt kloppt euch drum, ja, worum geht's? Ich glaub wahrscheinlich um Ähnliches wie im ersten Teil, oder? Ja, ist relativ einfach zusammenzufassen, wer will. Das braucht man, passt auf den Bierdeckel. Naja, es geht um Buster Moon, der versucht ein neues, ein Theaterstück, nicht ein Theaterstück, sondern ein Musical auf die Beine zu stellen. Und, ähm, ähm, passt, äh, trifft sich damit mit dem Musik-Mogul Jimmy, äh, Crystal, der von Bobby Carnaval gesprochen wird. Und der willigt ein, aber nur, wenn er einen, äh, den Clay Calloway mit in die Show bekommt, weil er sagt, boah, er kennt, äh, den Calloway und der ist definitiv in der Show mit dabei. Nur die kennen sich gar nicht. Und jetzt müssen sie irgendwie diese Show auf die Beine stellen. Es darf nicht rauskommen, dass er den gar nicht kennt und sie müssen Calloway irgendwie in diese Show bekommen. Und das sorgt für ganz schön viel Trubel in der Gruppe. Okay, äh, ich kann nicht viel zu sagen. Ich hab den ersten Teil nie gesehen. Muss auch gestehen, dass mich, dass mich persönlich der wirklich überhaupt nicht interessiert hat. Es sah halt einfach aus wie, äh, DSDS mit, äh, trifft auf Konferenz der Tiere. Äh, ja, wie fandet ihr so den, wie fandet ihr so jeweils den ersten Teil, Sven? Ich muss sagen, ich fand den ersten Teil nicht so gut. Und es hat mich ziemlich gelangweilt, weil es genau das war, was du gesagt hast, DSDS, halblos ein bisschen mit lustig. Und ohne Dieter. Und, ähm, ja, ich dachte noch, um, also, hier, die Family, wir haben geguckt, aber ich war da gesessen. Aber mich hat's wirklich nicht so groß interessiert, der erste Teil. Und Johnny, bei dir? Ja, ähnlich. Ich fand ihn solide, aber in manchen Momenten hat man schon die Angst gehabt, dass irgendwo gleich Detlef die Soße durch die Wand bricht. Also, ja, das ist... Zumindest akustisch Daniel Hartwig, äh, der ja hier sowas wie der deutsche Matthew McConaughey ist anscheinend, äh, in der Rolle eines Koalas, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nee, hier spricht der Bastian Pastewka. Ich wollte's grad sagen, das ist Pastewka, ja. Ach so, okay. Ja, gut, dann... Gott's Willen. Also, das sehe ich jetzt gerade nur. Ich wusste nicht, dass er den wirklich spricht, ich seh das gerade nur. Okay, dann ist meine Anwalt auch futsch, wunderbar. Vielleicht ist er ja noch dabei, vielleicht ist Daniel Hartwig nicht bei Teil 1, vielleicht hat er irgendwie gesprochen. Ja, kann gut sein, vielleicht hat er auch, äh, keine Zeit gehabt wegen dem Dschungelcamp, ich weiß es nicht. Ja, das ist auch wichtig, das ist auch wichtig. Ist der Film denn wirklich so einfach dann nur mehr more of the same, oder bringen sie zumindest irgendwie ein bisschen was Neues rein? Also, vielleicht auch im Voice-Cast, der ja eigentlich schon aus allen Nähten platzt, das muss man ja auch mal sagen. Ja, sie schaffen es tatsächlich, was Neues und was Interessanteres reinzubringen und es gibt, was mich tatsächlich, also es hat mich wirklich gewundert, sogar ein politisches Statement, auch wenn es gut versteckt ist. Aber das gibt es. Und mein persönlicher Favorit von der ganzen Irrenschose ist und bleibt für immer Mrs. Crawley. Ich liebe diese Einäugige mit ihrem Holzauge, Eidechsen, was auch immer sie ist, die Sky. Wie spricht der Regisseur Garf Jennings interessanterweise selbst? Im Deutschen ist es, wie heißt denn die Hauptdarstellerin aus diesem Udo-Jürgens-Musical? Wie heißt die? Die spricht die nämlich im Deutschen. In was für einem Musical? Ich war noch niemals in New York, die Hauptdarstellerin. Nicht Heike Makatsch, sondern die andere, die spricht die im Deutschen. Ich gucke mal kurz nach. Ah, ich gucke jetzt auch mal gerade kurz nach, obwohl der ist, Moment, in dem Film, ich war noch niemals in New York oder dem anderen. Ja, ja, Katharina Kahlbach. Katharina Kahlbach, genau, die spricht die im Deutschen. Aber das habe ich nicht gewusst, aber ich kann mir immer, immer in jeder Sequenz, in der die irgendwie durch die Kamera gestolpert ist und auf einmal eine Tomate als Auge hatte, konnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das perfekt casted sein muss im Deutschen. Also, das kann man sich da schon vorstellen. Wenn, wenn, gibt's denn? Ja, ist doch ruhig. Das Einzige, was mich so am Anfang etwas erschreckt hat, war die doch schon für einen Zeichentrick, also für eine Animation, recht lange Laufzeit. Hm, sehe ich auch gerade, ja. Also, da habe ich gedacht, oh Gott, so lang, oha, da bin ich ja mal gespannt. Aber sie haben es ganz gut kaschiert, dadurch, dass ja wirklich alle vier Minuten irgendwie ein Song angeteasert wird, haben sie das gut überspielt. Und was mir auch ganz gut gefällt, ist, es ist ein schöner Mix. Also, es gibt alte Lieder, es gibt neue Lieder, von denen ich kein einziges gekannt habe. Super. Ich kannte die alle. Während der Rest mitgewippt hat, dachte ich noch, ah, okay, gut, ich habe irgendwas verpasst. Aber dafür kannte ich die alten. Und was, was, wie ist so generell die Songauswahl? Also, was, was ist da so bei? Habt ihr da so Beispiele? Von Shawn Mendes über Cardi B bis hin zu, wie hieß denn der Endsong mit Klay? Weiß, welchen ich meine. Ja, ja. Dieser letzte Song, irgendwas mit Heaven, ne? Ja, ich glaube. Ja, ja, aber mir fällt auch gerade der Titel nicht ein. Aber es ist viel abwechslungsreich, sehr abwechslungsreich, doch sehr poppig alles, sehr modern gehalten. Da ist dann auch Musik von BTS drin, da ist anderer Rap-Kram drin, da ist wirklich einmal alles durch, was in den Shards irgendwie in den letzten Jahren war, wird hier, egal ob im Hintergrund oder gesungen, einfach mal reingeworfen. Aber das funktioniert am Ende trotzdem, komischerweise. Let's go crazy von Prince sogar. Vielleicht auch ein kleiner, kleiner Tribut, ne? Ich meine, der ist dann noch nicht so lange verstorben. Und der erste Teil ist von, äh, von, von 2016. Da ist der Prince, glaube ich, verstorben. Äh, und wenn man, ja gut, also, wenn man sich hier die Soundtrack-Credits ansieht in der IMDb, die sind wahrscheinlich länger als bei so manchem Tarantino-Film. Ja. Ähm, und, äh, ich sehe auch mehrere Male Billie Eilish. Ja, gut, das ist halt. Ja, Bad Guy natürlich. Ja, das muss sein. Ja, also, also auch noch einen anderen Song von ihr. Aber wenn man für jeden Film, in dem Bad Guy oder einen Trailer oder im Film vorkommt, einen Euro bekommt, dann wäre jeder Millionär. Ja, das ist, dieser Song ist mittlerweile überall. Ja, der ist, der ist so dauerpräsent. Also, äh, ich, ich, ich mag den durchaus, äh, aber, ähm, hier in dem, ich weiß noch, ich glaube, in dem Trailer von, ähm, Bombshell wurde der auch, glaube ich, verwendet damals. Ja, da fand ich den sehr geil. Da fand ich den sehr, sehr geil platziert. Ähm, habt ihr denn so ein, so ein persönliches Highlight oder Lowlight in dem Film gehabt? Ja. Den Antagonisten hab ich als Lowlight. Und der, Taron Egerton ist mein Highlight. Ich, ich finde, äh, auch in Rocketman, wenn man, wenn man, man weiß, wie der singt, und dieser Mann hat eine Stimme, äh, holy shit. Ich find's tatsächlich bei den, bei den Damen manchmal, sie, sie, sie klingen zugleich. Und gerade bei Egerton, find ich, er, er macht aus jedem Song seine eigene Nummer. Und ich, das, das, das trifft mich immer ins Herz. Egal welche, egal ob er Shawn Mendes singt oder, oder sonst irgendwas, das ist richtig gut. Ich mein, du hast, du hast ja viele erfahrene Sänger dabei, ne? Also, weiß ich nicht, Scarlett Johansson hat ja auch schon mal gesungen. Jennifer Saunders kennt man auch. Ich hab auch mal gesungen, aber trotzdem bin ich nicht. Kannst dich ja um Teil 3 bewerben, dann, äh, vertrittst du Daniel Hartwig. Äh, äh, Jennifer Saunders zum Beispiel hat auch gesungen in Shrek. Äh, Bono von, äh, U2 ist sogar dabei. Ja, Terrell Williams. Ja. Sind schon nach, ne? Ich will das Buhnen, ja. Genau. Aber insgesamt, würdet ihr denn sagen, der, äh, kann zumindest das, ja, durchwachsene Niveau des ersten Teils halten? Oder, äh ... Der ist deutlich besser. Also, ich fand den ersten auch erschreckend lame. Aber der zweite hat mit seiner, mit seiner Größe und mit seiner Herzlichkeit auch seinen Charakteren gegenüber so viel mehr auf der Haben-Seite als der erste Teil. Also, der funktioniert auf den Ebenen einfach viel besser. Und wirkt trotz seinen 110 Minuten echt kurzweilig. Also, das fand ich zumindest. Ja, so ging's mir, so ging's mir wirklich genauso. Sie haben so viele kleine Feinheiten mit eingebaut, die im ersten Net drin waren. Wie gesagt, Mrs. Crawley, wenn die mit ihrem Lamborghini da über die Dinger heizt, um, äh, um Clay Calloway aufzuspüren. Und der, äh, der Autopilot lohnt, biegen sie bitte rechts ab und okay. Und die brettert einfach mitten durch, scheißegal. Ja, aber die hat auch Heavy Metal die ganze Zeit laufen, was auch geil ist. Ja, ja, das ist, ähm, das war, ich glaub, Sepultura oder irgendwas Kröpperes ist es schon. Und was halt wirklich, was halt wirklich gut ist, ist der Böse, der Sachen sagt wie, we did a grateful job, we did it again. Und absolut auf einen gewissen orangehäutigen Schlipsträger, roten Schlipsträger hinweist, hat mir es wirklich sehr gut gefallen, sehr fein, taucht ein paar Mal auf. Und, ja, der Film ist deutlich besser als der erste. Und macht viel mehr Spaß. Weil ihr das so, weil ihr das so betont hattet, dass der so relativ lang ist. Der erste Teil ist ja gerade mal zwei Minuten kürzer. Echt? Seh ich jetzt gerade, ja. Ja, 1,48. Ja, aber, äh, im Gegensatz zu anderen Elimination Filmen, und das hab ich mal nachrecherchiert, geht der länger. Weil alle anderen Elimination Filme, die Incredibles, äh, nicht die Incredibles, die, ähm, Despicable Me-Teile gehen zum Beispiel alle auf die Minute genau 86 Minuten. Genauso die Grinch und, äh, die anderen, ich dachte vorher auch, der wird genauso wieder sowas, so Fließbandarbeit, die exakt auf die Minute genau sein muss, wie ein Tatort im ZDF. Ähm, aber zum Glück wurde es das nicht. Und sie haben sich auch wirklich Zeit gelassen, die Charaktere, den Charakteren ein bisschen Luft zu geben mit ihren, all ihren Eigenheiten und so. Okay, also von euch eher tatsächlich eine Empfehlung, auch wenn so jetzt, also wenn ich mir das so ansehe, animationstechnisch scheint es doch sehr beim Alten geblieben zu sein, ne? Ja, der sieht schon gut besser aus. Also, der sieht echt gut aus teilweise. Die, die Szene, wo sie durch den Wald brettert, wie Sven schon gesagt hat, ist echt hübsch. Ja, auch die, die, ich find, das, das fällt mir immer mehr auf, sind einfach diese Wassereffekte. Auch wo sie dann flüchten über diesen, über diesen Wasserpark, das sieht abartig gut aus. Also, das sieht wirklich brutal, also, das sieht aus wie echt. Also, das ist Wasser. Und, aber die Animationen, ja, die Animationen sind spitze. Ja, absolut. Also, das ist, das... Nix, was mir auch irgendwie aufgefallen ist. Absolut Hammer. Also, ja. Gerade auch bei der Vegetation und der Umgebung finde ich, dass der Film als einziger von Illumination ein bisschen mit Pixar mithalten kann aktuell. Ein bisschen. Ich sag nicht komplett, aber er, er kommt von der Umgebung und von, 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 nicht von den Charakteren jetzt, von der Umgebung, von, von Vegetation und so, kommt der da annähernd dran. Also, ne? Er ist nicht, nicht so gut, aber man kann sagen, dass er da in die Richtung geht. Wobei, ich grad noch kurz, äh, so die, die Haare, grad vom, von, von Mr. Moon, wenn er, wenn er nass wird und sich die Haare da aufstellen, das sah schon, also, sah schon sehr, sehr geil aus. Also, ja. Top. Und, was halt das Problem bei den anderen Illumination Filmen ist, um da jetzt nochmal zu sagen, die werden ja sehr schnell nacheinander rausgeschossen. Und bei Sing 2 haben die sich besonders viel Zeit gelassen und das merkt man. Also, ich finde, man merkt in jeder Sekunde irgendwie, dass, dass hier Zeit reingeflossen ist. Herz und Mühe. Und das, ähm, ist, ist auch, äh, sowohl visuell als auch inhaltlich, ähm, was das Herz und alles angeht. Das muss man auch nochmal gesagt haben, finde ich. Schon tatsächlich sehr späte Sequel, ne? Ich meine, der erste Teil, das ist ja, da liegen ja wirklich sechs Jahre zwischen, also, in der Zeit wandelt sich auch gern mal der Markt und so weiter. Also, ich bin gespannt, ob der, also, ich hab jetzt, äh, nicht so auf dem Schirm, wie, wie erfolgreich der erste Teil war. Aber ihr meint, den, äh, sollte man sich wohl auch im Kino ansehen. Ja. Ja. Und gerade da. Okay. Dann, ja, haut mal eure Wertung raus. Wie viel, äh, schmissige Sangeseinlagen gibt dir den Film? Sven, mach du zuerst. Äh, ich, doch, du isst gerade, oder? Guten Hunger. Nee, ich hab lasse Pumpen. Ach so, ich vergebe 4, ach ja, 4,25. Echt? Für mich, für mich ein absolutes Highlight. Du kommst raus und fühlst dich einfach endlich mal wieder gut. Man vergisst über diese fast zwei Stunden Corona und fühlt sich happy und, ja, nee, ist ein, ist ein, ist ein wirklich guter Film. Und man tritt auch noch Donald Trump in den Sack anscheinend. Genau. Ja. Das geht da gut hin. Ähm, bei mir ist das ein bisschen, äh, anders. Also, ich geb ihm dreieinhalb. Ich weiß, ich hab viel Positives gesagt, aber abseits von der Realitätsschwucht, die dieser Film bietet und einer visuellen Brillanz, genauso wie was die Songs angeht, ist der Film halt nicht wirklich tiefgründig und bietet auch nicht irgendwie viel Dinge, worüber du nach dem Film noch nachdenkst, außer über Ohrwürmer. Deswegen gibt's von mir nur dreieinhalb, weil ich gehofft hätte, da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr, äh, Message und mehr, was man da irgendwie, ähm, mit, mitnehmen kann, äh, nach dem Kinostart, äh, beziehungsweise nach dem Kinogang. Aber trotzdem ist das ein tolles Ding. Und, äh, ne, das ist wirklich ein schöner Film, wo man mit der Familie reingehen sollte. Vor allem jetzt. Vor allem jetzt. Schönes Schlusswort. Ja, äh, dann leiten wir eigentlich genau über zu, äh, einem Film, der auch jetzt erst kommt, der sich auch durch Corona sehr verzögert hat und auf den sich viele schon gefreut haben. Denn nach, äh, The Shape of Water ist, äh, Guillermo del Toro zurück, beziehungsweise eigentlich eher nach seinem Oscar-Gewinn mit seinem neuen Film Nightmare Alley. Ein Remake, soweit ich weiß. Äh, wir haben ihn leider gar nicht sehen können. Dafür aber der Kollege Stu, vor einiger Zeit schon in der Pressevorführung. Und er hat uns einen kleinen, aber feinen Einspieler produziert, den ihr jetzt hier auf die Ohren bekommt, wenn die Technik mitspielt. Viel Spaß. Hereinspaziert, hereinspaziert. Erleben Sie den stärksten Mann der Welt, erschaudern Sie beim Anblick der Spinnenfrau und fordern Sie Ihr Schicksal heraus, beim Blick in Ihre Zukunft. Sind Jahrmärkte heutzutage mehr eine Verdichtung aus schnelllebigen Kicks mit Achterbahnen, Bierzelten und Schießständen, waren sie damals, einige würden es die Goldene Ära nennen, Viel mehr, es waren kleine Trips in eine andere Welt, die bevölkert war, mit Menschen, die aus ihrem Anderssein versuchten Kapital zu schlagen. Kein Vermögen, aber zumindest so viel, dass es zum Überleben reicht. Guillermo del Toro lässt mit seinem Nightmare Alley diese Zeit wieder aufleben, zelebriert dabei das Vergangene, denkt aber gar nicht daran, die fette Schmutzschicht aus Elend und Unterdrückung wegzuwischen. Der Oscarpreisträger war, ähnlich wie Tim Burton zu seinen Glanzzeiten, immer ein Streiter für die, die viele oft als Außenseiter, Freaks oder Aussätzige bezeichnen. Menschen, die nicht ins Raster passten. Diese bevölkern auch sein Nightmare Alley, allerdings ist der Film dann doch ganz anders als erwartet. Zumindest, wenn man weder die literarische Vorlage von William Lindsay Gresham noch die erste Verfilmung aus dem Jahre 1947 kennt. Zunächst muss klar gesagt werden, dass dieser Film nicht dem fantastischen Kino zugehört. Del Toro liefert hier mehr Drama mit Fröder-Elementen ab als Grusel unter Fantasiestücke. Die Geschichte des geheimnisvollen Stanton, der auf dem Jahrmarkt von Clem Hoatley in den 1940er Jahren sich nach und nach hocharbeitet, vom Hewie hin zum Gedankenleser, bietet aber dennoch viel Finsternis und Monster. Berauscht vom eigenen Talent, dem Erfolg und gierig nach Geld, nutzt Stanton bald schon seine manipulative Gabe, um in höheren Gesellschaftskreisen seine Spiele zu spielen. Spiele, die nach und nach immer gefährlicher werden und uns Zuschauer Stück für Stück offenbaren, welche teils düsteren Geheimnisse Stanton mit sich herumträgt. Gespielt wird dieser Stanton von Bradley Cooper, der damit einen überaus prominenten Cast anführt, zu dem unter anderem auch Rooney Mara, Cate Blanchett, William Dafoe und Toni Collette gehören. Allesamt tolle Talente, die ihr zeigen, was sie können. Vor allem aber Cooper brilliert unter Del Toros Führung. Sein Stanton ist gleichsam faszinierend wie abstoßend. Eine Figur, die man nicht in seiner Nähe haben möchte und doch will man stetig mehr über sie wissen. Genau das nutzt Del Toro, um die Spannungsschraube, vor allem im dritten Akt, immer weiter anzuziehen. Davor verliert sich der Film aber etwas. Vor allem im Mittelteil schleppt sich Nightmarelli mehr mühsam vorwärts. Aber das Ausharren lohnt sich, denn das bitterböse Ende ist famos. Wenn der Abspann einsetzt, merkt man erst, wie Del Toro dem Zuschauer in eine geradezu fatalistische Falle gelockt hat, die im Epilog mit voller Wucht zuschnappt. Aber selbst im eher harderen Mittelteil prahlt der Film regelrecht mit seiner Visualität. Seien es nun die in Form aldehyd konservierten Kuriositäten, bunt vergilbte Zelte oder edelpolierte Büros. Nightmarelli als massiv schwellgerisch zu bezeichnen, ist noch untertrieben. Nach dem Ende des Films sollte jedenfalls klar sein, was mit satt gesehen gemeint ist. Das ist eine klare Stärke, die dem Publikum aber durchaus auch einiges abverlangt. Nightmarelli ist eben kein leichtes Schauerstück, sondern im besten, wie durchaus auch im schlechten Sinne, schweres, aufgebläbtes Erzähl- und Schaukino. Es ist kein Werk für den schnellen Zeitvertreib. Es verlangt vom Publikum, dass es sich in diese Welt hineinfallen lässt. Auch wenn es viele dunkle Ecken gibt, die eigentlich nur unwohl hervorrufen können. Lässt man sich davon nicht abschrecken, sollte man ausgedehntes Flanieren durch diese Albtraumallee durchaus genießen können. Soviel zu Nightmarelli, jetzt aber wieder zurück zu der einzig wahren Freakshow. Zurück zum Telestammtisch. Ja, wunderschöne Schlusswort und Kudos an den Kollegen Stu, meinen Movie-Break-Kollegen Stu. Sehr, sehr schöner Beitrag. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber ich bin jetzt wahnsinnig scharf auf diesem Film. Ja, ich hatte ihn sowieso vor zu gucken. Ich auch. Ich werde mir den auch angucken. Also das klingt wirklich nach großartigen Del Toro, der auch, ja, das klingt halt eher nach Klotzen statt Kleckern. Also bin ich wirklich, wirklich gespannt drauf und toller Beitrag auch, wie gesagt, von Stu. Schade, dass wir den noch nicht irgendwie ausführlicher besprechen konnten, aber ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer konnten sich einen Eindruck verschaffen von Nightmare Alley, der ja diese Woche auch startet und damit so neben Sing 2 einer der größeren Filme ist. Wir widmen uns aber natürlich auch wieder kleineren Filmen und dafür haben wir natürlich unseren ausgewiesenen Experten dabei. Er ist auch Teil der Redaktion vom Movie-Break wie Stu und meine Wenigkeit. Ich brauche ihn hier, glaube ich, gar nicht groß vorzustellen. Normalerweise ist er eigentlich kaum zu trennen von Stu in solchen Sendungen. Heute haben wir ihn über live und allein solo an der Angel, den Paul. Hi. Hallo zusammen. Ja, und jetzt bist du wahrscheinlich schon sauer, dass du noch nicht bei Riverdance mit dabei warst. Ja, ich bin vor allen Dingen sauer, dass ich eigentlich nicht bei Sing 2 dabei war und bei Riverdance, da möchte ich nämlich kurz nochmal was klarstellen, denn Sven war derjenige, der mit diesem Film angefangen hat. Ja, das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Aber du hast gesagt, du guckst mit. Ich habe mich rangehangen und bin dann aber auch wieder relativ schnell runtergefallen, ja, so ist das. Ja, Paul, der drei oder vier Filme an einem Tag guckt, schafft es nicht, Riverdance zu gucken, oder? Ach, das ist gut, aber ich habe gemerkt, dass steppende animierte Figuren doch nicht so geil aussehen. Krass, Paul, wir gucken ähnlich viel an einem Tag, krass. Wenn es in Schwarz-Weiß gewesen wäre und es wäre irgendein armer Reisbauer gewesen, hätte er sich reingezogen. Drei Stunden lang, wenn es sein muss, ohne ein Wort zu sprechen, in nur einer Kameraeinstellung. Ja, aber und in Schwarz-Weiß. Guck, das ist nett. Und in Schwarz-Weiß. Mit russischen Autodoksen. Ja. Ey, Gunder ist ziemlich gut. Ja, ich wollte den auch noch sehen. Paul ist ja generell der Experte für etwas abseitigere Geschichten und er hat uns heute auch was mitgebracht. Hört auf den Namen Eine Nacht in Helsinki. Den hast du für uns gesehen, hast du mir eigentlich sogar weggeschnappt den, den wollte ich auch sehr gerne sehen. Der klingt nämlich sehr spannend. Aber klär uns doch mal auf. Ja, Eine Nacht in Helsinki ist der neue Film von Mika Kaurismäki, der vor zwei Jahren, glaube ich, war es, den fantastischen Master Schengen Porian Yoki unter anderem gemacht hat. Und der ja auch mit seinem Bruder Aki Kaurismäki zu einem der, ja, bekanntesten finnischen Filmemacher zählt. Und jetzt eben eine Nacht in Helsinki. Es geht um drei Männer, die treffen sich abends in einer Bar. Es ist Corona, es ist Lockdown. Eigentlich darf die Bar gar nicht geöffnet haben, aber der Barbesitzer empfängt einen alten Freund, einen Arzt, der ziemlich fertig ist. Und ja, im Laufe der Nacht gesellt sich noch ein dritter Herr dazu. Und die drei schwelgen dann so ein bisschen, ein bisschen in Erinnerung. Aber die erzählen sich auch gegenseitig von ihren Lebensabschnitten und so weiter. Und aber irgendwas scheint noch mit diesen mysteriösen Fremden auch nicht so richtig zu stimmen. Im Radio vernimmt man, dass doch irgendwo auch ein Mörder auf der Flucht sein soll. Und ja, darum geht es eigentlich. Genau um diese Nacht, um deren Gespräch. Ja, viel mehr bekommt man in diesem Film auch nicht zu sehen, der da mit 90 Minuten relativ kurz und bündig ist. Und zum größten Teil eben aus dem Dialog dieser drei Männer besteht. Klingt wirklich so nach einem ganz klassischen Kammer-Spiel irgendwo. Also ich denke mal, dass der wirklich zu 90 Prozent nur in dieser, ja, relativ menschenbefreiten Bar spielt. Ja, richtig, genau. In der Bar, die heißt übrigens Corona, ist das hauseigene Lokal der Chaurismäki-Brüder. Und diesen Namen trägt sie auch schon eine ganze Weile, auch schon vor der allbekannten Pandemie. Das bleibt zum Glück auch alles unkommentiert. Und es geht auch gar nicht so sehr um die Pandemie. Natürlich auch so ein bisschen, was macht vielleicht dieser Lockdown oder so mit einem, was jetzt zum Beispiel gerade Einsamkeit und so weiter anbelangt. Weil irgendwie suchen sie ja alle schon so ein bisschen nach Gesellschaft. Aber es geht jetzt nie, dass hier irgendwie über die Pandemie oder über irgendwelche Dinge dahingehend philosophiert oder sich gestritten wird. Sondern es geht dann mehr um die Einzelschicksale, die der Film hier einfangen möchte. Ich habe jetzt tatsächlich nicht so auf dem Schirm, wie Corona oder diese Maßnahmen eben in einem Land wie Finnland gegriffen haben. Ich weiß aber, dass die Leute, weil meine damalige Freundin hat mal einen Schüleraustausch dahin gemacht oder Studierenderaustausch ist auch egal. Und die haben tatsächlich da eine sehr eigene Mentalität, auch mit Dingen umzugehen. Wie äußert sich das hier? Oder hattest du den Eindruck zumindest? Ja, wie gesagt, es äußert sich gar nicht so sehr. Also man kriegt den Kontext, man kriegt hier von wegen die Pandemie und es wird auch kurz mit dem Arzt gesprochen. Hier hast du jetzt auch viele, die sich damit angesteckt haben auf deiner Station. Und wie gesagt, das Einzige, was man mitbekommen ist, dass Lockdown ist. Die Straßen sind verlassen, die Bar darf nicht geöffnet haben. Und der Barbesitzer, der sträubt sich auch eigentlich dagegen, die Leute da reinzulassen, weil er darf es nicht. Und ja, wie gesagt, mehr äußert sich das nicht. Es geht dann um andere Sachen. Am Anfang erweckt es vielleicht noch so den kleinen Anschein, dass es vielleicht eher Richtung einer Kriminalgeschichte gehen könnte. Dadurch, dass eben auch dieser Mörder da noch frei rumläuft. Aber davon verabschiedet sich der Film ganz schnell und macht da keine große Geheimniskrämerei draus. Und wie gesagt, er interessiert sich wirklich lieber für die Figuren und für die, wie sie eben miteinander sprechen. Das ist auch eher ein Projekt, was aus der Not heraus entstanden ist. Eigentlich wollte Mika Karusmäki, ich glaube sogar in Amerika, soweit ich das richtig gelesen habe, drehen. Musste das dann eben alles nach Finnland verlegen. Und auch die Dialoge oder so, sie hatten kein Drehbuch. Das hier ist alles einfach so entstanden. Die Schauspieler, die hatten eben ihre groben Charakterzeichnungen vorher und haben sich dann eben, ja, einzelne Themen so gesteckt. Und daran ist dann dieser Film entstanden und hat deswegen auch eine ganz besondere Authentizität, beziehungsweise ist halt auch so ein bisschen dokumentarisch in seiner Beobachtung. Das klingt tatsächlich ziemlich reizvoll und gerade, dass das Thema Corona eher so subtil oder eigentlich mehr den Rahmen bildet, sagt vielleicht auch eigentlich mehr über die aktuelle Zeit aus, als wenn es jetzt im Vordergrund wäre. Weil, naja, wie ich gerne sage, Corona ist ein Brandbeschleuniger und verstärkt wahrscheinlich gewisse Probleme jetzt natürlich auch dann im Leben dieser Protagonisten, die es wahrscheinlich auch schon vorher gab. Also ich war auch sehr froh, dass das wirklich nur so ein Randthema war und so sich das dann mehr, ach hier geht es um ganz viele verschiedene Sachen, vielleicht sogar so ein bisschen zu viele, aber es ist halt wie ein Gespräch. Also man merkt auch, dass es sich so, es gibt keine so richtige Gewichtung zwischen den Themen. Es ist halt einfach so, wie sich das gerade entwickelt hat. Es geht um philosophische Themen, es geht um den Freiheitsbegriff, es geht um Schuld und so weiter. Ja, das alles fließt ja ein, das ist auch nicht immer ganz so zugkräftig. Die 90 Minuten, die spürt man auch das ein oder andere Mal. Und gegen Ende, da macht dann der Film etwas und zwar er erlaubt, mehreren Figuren dann doch noch in diese Bar mit einzudringen, die dann teilweise nur kurz reinschauen. Oder gibt es auch so eine etwas seltsame Feierszene, die dann aber auch ganz schnell wieder vorbei ist. Das bricht den Bann dieser Geschichte, die den wirklich manchmal in den Dialogs sehen wirklich hat, ein bisschen auf. Aber im Großen und Ganzen, wenn man auf solche Filme oder auf solche Kammerspiele oder so steht, auf so ein kleiner Einblick ins nächtliche Treiben, dann ist das vielleicht schon mal ein Film, den man sich anschauen kann. Ja, also ich für meinen Teil muss sagen, dass mein Interesse auch schon vorher geweckt war und jetzt gerade mein Neid in mir hochsteigt. Ich weiß nicht, wie das bei den beiden anderen ist. Sven ist hockt. Sven ist hockt. Hört sich ein bisschen an wie nebenan von Daniel Brühl. Ja, den habe ich nicht gesehen. Wow. Wow. Der spielt auch nur in einer Bar. Es gibt ja sehr viele Filme, die nur an einem Ort stehen. Der spielt auch nur in einer Bar und es geht auch nur um die beiden Charaktere und ist auch sehr dialogklassig. Es gibt keine Action, kein Nichts, gar nichts und sie unterhalten sich auch über, also da ist es mehr Psychothriller als andere. Und der wurde auch unter Corona gedreht, glaube ich, ist das Regie-Debüt von Daniel Brühl. Ja, ja. Aber der hier ist, ich würde sagen, der hier ist deutlich mehr einfach Charakterstudie oder Drama als Krimi-Geschichte oder als Thriller. Der ist mehr depressives Drama, also genau das, was Freud gut findet. Da zieht er, da zieht er so sein Lebensmittel. Aber er ist auch so ein bisschen, also es stimmt, er ist so ein bisschen, dieses Setting, das hat einerseits sowas echt so auch ein bisschen einengendes und es ist so ein leeres Lokal, ist halt auch schon so ein bisschen, ja, traurig. Aber irgendwie hat er auch so eine ganz, so eine Geselligkeit eben in diesen, in der Interaktion der Charaktere. Und getrunken wird ordentlich. Leute leiden, geil. Ach so, ja, ja, irgendwo, ja. Ja gut, mit der einsamen Bar können wir uns ja hier auch, glaube ich, so ein bisschen identifizieren, wenn auch nur auf virtuellem Wege, auch wieder dank Corona. Also, Paul, wie viele Wortgefechte sind es denn bei dir für den Film? Eigentlich hätte ich ja gedacht, wir hätten uns davon verabschiedet. Jetzt muss ich doch noch fix eine Punktzahl aus der Luft fischen. Ich glaube, ja, so drei bis dreieinhalb von fünf Wortgefechte. Ja. Werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Klingt sehr, sehr interessant. Ja, äh, von einem etwas kleineren Film, äh, zu einem etwas größeren mit einer völlig anderen Zielgruppe, den ihr alle drei gesehen habt und ich natürlich nicht. Ja, ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist. Ist seit, äh, ich glaube, letzten Freitag auf Amazon Prime zu sehen. Nämlich nichts weiter als der mittlerweile vierte Teil der Hotel Transsilvanien-Reihe. Äh, kam jetzt aus irgendeinem Grund nicht ins Kino. Ja gut, weiß ich nicht, Corona-bedingt, aber dann eigentlich eher in den USA, wo das ja gerade wieder anzieht. Hier in Deutschland eher nicht so. Ähm, ja, Teil vier mittlerweile. Äh, ich hab keinen einzigen gesehen, ja. Also, wenn man ihn gesehen hat, dann weiß man, warum man ihn auf Amazon rausgesondert hat. Okay. Ey, ich muss sagen, ich hatte den Trailer ja dann, äh, auch im Kino mal gesehen und ich hatte, ach, ich will nicht sagen, ich hatte Bock, aber irgendwie die, die drei Ersten, die fand ich, ja, kann man mal mitschauen. Und eigentlich hab ich gedacht, äh, Teil vier geht da in eine ähnliche Richtung, so, ja, kann man mal schauen. Aber, äh, ich muss auch sagen, ich war ein bisschen erschrocken, wie, äh, nicht gut der ist. Okay. Äh, bevor wir dazu kommen, äh, will einer von euch mal so kurz umreißen, worum es in Hotel Transsilvanien eine Monsterverwandlung geht. Und, ja, äh, die verwandeln sich. Die verwandeln sich, wow, okay. Die Monster werden Menschen, die Menschen werden Monster und jetzt müssen sie sich zurückverwandeln. Ende ist so. That's the story. That's all. Da ist nicht mehr. Na gut. Bisschen mehr. Der hat sogar, ich glaube, vielleicht so ein paar mehr, in Anführungszeichen, Kniffe, wie, äh, Sing 2. Aber ist halt von seiner ganzen Qualität und von dem, was er auch daraus macht, äh, echt nicht gut. Ich hatte mit dem Trailer, äh, und dachte, okay, kann ganz lustig werden, so dieses Vertauschen. Aber das war's halt auch. Alles, was ich mit dem Trailer gesehen hab, das war's mit dieser ganzen Vertauscherei. Wie, was, was anderes gibt's da nicht. Und dann schleppt sich das dadurch irgendeine, so, so ein, ja, was, so ein Questding, so ein laues Abenteuer-Filmchen irgendwie. Äh, und keine Ahnung. Ich fand's sehr, sehr anstrengend zu schauen. Wie der Film innerlich auch, äh, äh, auch sagt, er ist ein bisschen wie Freaky Friday, nur in ganz langweilig. Also, und auch in hyperaktiv und in nervtötend. Und das sagt der, der Film sagt, der bezeichnet sich ja selber als Freaky Friday teilweise. Ja, wobei es so schade ist, ne, weil sie hätten wirklich eine, sie haben eine relativ gute Ausgangsposition. Aber sie machen aus der Story einfach überhaupt nichts, außer dass Draco irgendwie die ganze Zeit nur schreit. Und du wirklich da haugst und denkst, Alter, kannst du jetzt bitte endlich mal ruhig sein? Ja. Klipper und wie sie alle heißen, der absolute Knaller. Ja, und die tauchen leider so wenig auf. Ich hab mich über den Unsichtbaren kaputt gelacht. Wie, du warst die ganze Zeit nackt? Ja, ja, klar. Siehst ja nur die Brille. Ja, das sind, und da, da hätten wir einfach viel mehr draus machen können. Aber sie haben eine Story zusammen gebastelt, die hinten und vorne leider nicht das hält, was sie verspricht. Und ja, es ist irgendwann nervig geworden. Und ich liebe wirklich den ersten und den zweiten auch. Den dritten fand ich schon relativ schwach. Ja. Aber der vierte ist leider, ja, also es ist jetzt kein kompletter Absturz, aber eine Empfehlung ist es auch nicht. Also es ist halt schon schade, dass die Glibber und den Wolf, die für mich in den ersten drei Teilen echt die Scene-Stealer waren, so verramscht wird. Es gibt eine gute Szene mit Glibber, die ist am Ende, wo der da halt rumsteht und Draco ihn so quasi als Gleitmittel benutzt, wenn du weißt, was er ist. Für Schlittschuhe, für Schlittschuhe, nicht das, was du denkst. Nee, 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 für Schlittschuhe. Aber eine Sache, du wolltest ja gerade schon ansprechen, Adam Sandler ist gar nicht mehr dabei. Also viele Schauspieler, ja, viele Schauspieler haben offenbar keinen Bock mehr auf den Filmen gehabt und haben dann auch die Synchronisation. Säule abgelehnt. Deswegen ist es jetzt auch jemand namens Brian Hull, der nur bekannt dadurch geworden ist, dass er Leute imitieren kann. Und den haben sie offenbar engagiert, damit auch Adam Sandler imitieren kann und es möglichst kein Unterschied zu merken ist. Das merkt man aber trotzdem, weil es wirkt so peinlich aufgesetzt. Oh, weia. Ja, also ich meine, ein Großteil des Casts ist ja noch dabei, weiß ich nicht, Selina Gomez, sie ist ja, glaube ich, auch in den anderen Filmen drin gewesen. Ja, Annie Sandberg auch. Kevin Jamesfield, kann das sein? Adam Sandler, Kevin Jamesfield auch, ja. Ja, die schreiben auch nicht mehr mit. Also die haben sich da auch wirklich komplett zurückgezogen. Was auch nicht für die Qualität des Films. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich auch von den Animationen nicht angetan war. Nee. Nee, der sieht wie auch Helmkino aus, wie Direct-to-DVD. Ja. Das ist dann wahrscheinlich der Grund, warum man dann jetzt doch ein Video-on-Demand-Ding rausgemacht hat, meint ihr? Ich weiß keine, aber ist in Ordnung. Weil ich meine, es ist ja ... Was ist das Kino geplant? Ja. Der Trailer lief ja auch im Kino. Ich hab den das eine oder andere Mal da gesehen. Also der wurde halt, erst sollte der in die Kinos kommen, dann wurde er verschoben. Und einen Monat später kam die News so, beziehungsweise ein Gerücht, okay, der soll auch zu Amazon kommen. Und dann hieß es wirklich, der wird global auf Amazon verramscht. Und der war ja da schon längst fertig. Also ich kann mir nur vorstellen, dass nicht wirklich die Pandemie das Problem war. Weil Animationsfilme liefen in der Pandemie dennoch einigermaßen gut, weil die Familie dann immer noch mit den Kindern reingegangen ist. Sondern, dass es wirklich an der Qualität lag, des Films lag. Anders kann ich mir nicht vorstellen, warum sie den Film, der und die letzten drei Teile sind richtig gut in den Kinokassen gelaufen, den auf Prime aussondern. Anders kann ich mir das einfach bei bestem Willen nicht vorstellen. Es ist generell eine wahnsinnig erfolgreiche Reihe. Also das ist ja jetzt wirklich schon der vierte Teil. Ich glaub, der dritte war auch wahnsinnig erfolgreich. Aber was ihr jetzt so erzählt, also die Handlung klingt halt eher, als könnte die, weiß ich nicht, eine 20-minütige TV-Episode von einer Serie füllen, aber keinen 80-Minuten-Film. Ja, es fühlt sich, wie ein Kritikkollege gerne sagt, es fühlt sich an, als hätte man irgendwie so zwölf Erstklässler in einen Raum gesetzt und einfach mal gesagt, okay, was hättet ihr denn gerne in so einem Film? Und das hat man dann irgendwie auch so zusammengeschmissen. So fühlt sich der Film stellenweise an, aus meiner Sicht. Also den hätte wirklich keiner gebraucht. Es ist ähnlich, und das vergleiche ich jetzt mal mit Absicht, wie Ice Age. Die ernsten drei Teile konnte man sich noch gut angucken, auch wenn die halt qualitativ absackten von Teil zu Teil. Und mit vier und fünf ist es dann komplett zerbrochen. Und ähnlich ist es jetzt hier auch bei Hotel Transsilvanien. Meint ihr denn, dass da noch ein Fünfter kommt, oder habt ihr wirklich das Gefühl, die Luft ist komplett raus? Es ist vollkommen egal. Ich sag mal so, wenn die Alten wieder mitspielen, würde ich sagen, okay, ich geb der ganzen Sache nochmal eine Chance. Es könnte gut sein, dass die die Reihe fortfinden, weil ich denk, trotzdem wird's genug Geld einspielen. Aber es wird dem Ganzen nimmer gerecht, also ich bin raus. Also sie haben ein offenes Ende. Sie haben sich ja am Ende doch noch so zurechtgebogen, dass sie weitermachen können, wenn sie wollen. Und da du ja bei VOD-Auswertungen, wie wenn du es auf Netflix hast oder auf Amazon, dann sind ja die Einspielergebnisse eher irrelevant. Sondern es geht ja darum, wie oft der dann angeklickt wird. Und grad bei der Marke, bei Amazon Prime, kann ich mir gut vorstellen, dass der oft gesehen wird und dann eine Fortsetzung produziert wird. Ja, exklusiv für Amazon dann, glaub ich. Na gut, dann können sie vielleicht wirklich mal offiziell Amazon Original draufschmieren. Und nicht irgendwie auf einem fertigen Film, den sie einfach nur eingekauft haben. Das muss ich sagen, das nervt mich bei allen Streaming-Diensten, dass sie dann wirklich immer so tun, als sei das wirklich ihrs. Na, also das find ich immer ein bisschen dreist. Ja, das macht der Film ja hier auch. Also vorne am Anfang des Films steht auch ganz groß Amazon Prime Original oder Prime Original oder was. Ganz groß steht das da auch, das erste Bild. Ja, sehr bescheiden. Naja. Okay, klingt als könnte man eher auf den verzichten. Ich hab tatsächlich kein Prime und ich hab die anderen Teile nicht gesehen und wird hier wahrscheinlich eh nur Bahnhof verstehen. Äh, kann man sich geben, wenn man möchte, kann man lassen. Äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass einige Kinobetreiber da sehr angesäuert sein dürften. Ja, wahrscheinlich. Der werde gut eingespielt, glaub ich. Obwohl, neben Sing 2, glaub ich, wär das ein bisschen problematisch geworden, weil ich glaube, Sing 2 zieht mehr. Allein, äh, wegen dem Fokus. Ja, aber auf der anderen Seite, Sing 2 ist ein Film, der sich fast schon eher ein bisschen eigentlich an Erwachsene richtet und du musst bedenken, der erste Sing ist schon wirklich jetzt ein paar Jährchen alt, also für heutige Verhältnisse kommt dieses Sequel echt spät. Und Hotel Transylvanien ist halt wahnsinnig erfolgreich, ne? Ja, aber extrem hyperaktiv und ich glaube, du gehst dann, das siehst du auch schon am Trailer und ich glaube nicht, dass du dann in so einen Film gehst, sondern einen Film, der, äh, auch im Fernsehen, in der Werbung vielleicht mehr familienkompatibel aussieht, aufgrund der Musik, aufgrund dem, was der Film aussagen will, gehen die Leute, glaub ich, eher in Sing 2. Also, das ist meine Vermutung. Okay. Also, ich finde Zombies sehr familienkompatibel, also. Ich liebe das Hotelpersonal. Ja, auf welche Art und Film wird es, glaube ich, nicht weiter aus, Sven? Äh, was? Ne, das ist bei der Hotel Transylvanien. Erst recht nicht bei dem Kinderfilm. Ja, äh, kommen wir, kommen wir noch, äh, zuletzt zu einem, ähm, anderen Film, der, äh, auch schon in einigen Kinos läuft und jetzt mittlerweile, äh, äh, ich glaube, ab Freitag, äh, ja, weiß nicht, äh, ja, ihr könnt gerne eine raushauen, ich glaube, Paul möchte darauf verzichten. Eineinhalb, so, gut, mehr wollen wir euch nicht sagen. Sven, bei dir? Ja, schließe ich mich an, ja, eineinhalb, mehr gibt's nicht. Ich, ich verzichte. Okay. Der ist so schlecht, dafür will er nicht mal mehr eine Bewertung aufmachen. Och, nö. Nö, ich will euch nur dazu drängen, dass wir keine Bewertungen mehr kriegen, deswegen verzichte ich. Ja, gut, ist, äh, legitimer Vorschlag. Äh, war mir jetzt tatsächlich nicht so geläufig, auch in den letzten, ich weiß nicht, ob es in den letzten Sendungen vorkam, keine Ahnung. Äh, aber gut, ähm, damit, äh, sind wir eigentlich auch schon am Ende und, ähm, wie ich ja gerade schon sagte, haben wir noch einen letzten Einspieler zu einem Film, der auch schon in einigen Kinos, Kinos lief, jetzt am Freitag endlich bei Netflix erscheint und den habe ich gesehen und ihr nicht. Ja? Ähm, und der Werner hat ihn außerdem noch gesehen und er hört auf den wunderschönen Abend München im Angesicht des Krieges. Ich hatte es ja schon angedeutet, wir haben Daniel Hartwig in der Sendung, äh, war ja nicht wirklich der Fall, Bradley Cooper hat zumindest mal kurz reingeschaut bei Stu und jetzt, äh, niemand Geringeres als Adolf Hitler gespielt von Ulrich Mattes und ich kann schon mal sagen, das ist einer der unfreiwillig, am unfreiwillig komischsten Hitler der letzten Jahre, äh, damit, äh, könnt ihr euch aber schon gerne mal verabschieden, alle drei, wenn ihr wollt, ihr könnt natürlich auch noch ein bisschen mitlauschen, aber das ist ein etwas längerer Einspieler. Ähm, ansonsten auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, äh, liked gerne den Tele-Stammtisch, ihr könnt uns gerne folgen, ihr könnt uns neuerdings auch bewerten, ob auf Apple Podcasts oder überall, wo es Podcasts gibt oder auch bei Spotify neuerdings, das würde uns sehr freuen und dieses Projekt sehr voranbringen. Äh, Sven, Paul, Johnny, herzlichen Dank, dass ihr, äh, bei diesem kleinen Experiment, weil wir haben ja hier mal ein bisschen was Neues ausprobiert, zu Gegenwart, ähm, ja, und ansonsten hören wir uns wahrscheinlich in anderen Ausgaben und ansonsten kann ich nur sagen, ja, bleibt zu Hause, bleibt gesund und viel Spaß im Dunkeln. Tschüss, danke dir fürs Modellieren, tschüss, danke schön, ciao, ciao. Und jetzt bekommt ihr noch den Einspieler auf die Ohren, ich sag auch schon mal tschüss, macht es gut, ciao, ciao. Filme über den Zweiten Weltkrieg gibt es ja noch und nöcher und ja, auch München im Angesicht des Krieges schlägt natürlich in diese Kerbe, aber nicht ganz so sehr, denn wie der Titel schon verrät, steht der Zweite Weltkrieg hier kurz bevor, wir befinden uns im Jahr 1938 auf einer, ja, schicksalsträchtigen Konferenz, das Ganze ist verfilmt worden von Netflix, ist ab dem 21. Januar auf dem Streaming-Dienst zu sehen, wir konnten es vorab sehen und wer sind wir zum einen, der Werner, hi. Grüß dich. Und natürlich ich, der Dom, Werner, sag uns doch mal so in groben Zügen, womit wir es jetzt zu tun bekommen. Wir befinden uns im Herbst 1938, Hitler ist gerade dabei, seinen Einzug in die Tschechoslowakei vorzubereiten und wir erleben dann eben, wie diese Konferenz in München stattgefunden hat, die hoffentlich jeder aus dem Geschichtsunterricht kennt. Da gab es ja einige hohe politische Tiere, die da zusammengekommen sind und im Hintergrund spielen sich dann eben ein paar, naja, komische Dinge ab, will ich mal sagen, um nicht zu sehr ins Detail zu gehen. Und, ja, da sind dann unsere Hauptcharaktere mit integriert. Genau, das Ganze ist ja fiktionalisiert, basiert auf einem Roman von Robert Harris, der durchaus dafür bekannt ist, dass er sich historische Stoffe zur Brust nimmt und das dann mit eigenen Inhalten anreichert. Gedreht hat den Film Christian Schwochhoff, ein deutscher Regisseur, der auch zuletzt mit Jis Rical im Kino war und hier dann gleich sein Hauptdarsteller Yannis Niewöhner mitgenommen hat. Im Cast haben wir außerdem noch George McKay, den dürften einige kennen aus 1917 oder auch einem Ned Kelly-Streifen zuletzt und Jeremy Irons, der den damaligen britischen Premierminister Neville Chamberlain mimt. Unterm Strich ist das Ganze, ja, also wo würdest du den Film vom Genre her einordnen? Ich würde ihn als, ja, Thriller eigentlich eher einordnen. Ich meine, Drama gehört beim Zweiten Weltkrieg immer mit dazu, aber ich finde, der dramatische Anteil hier hält sich sehr in Grenzen. Kriegsfilm ist meiner Meinung nach übertrieben, weil hier geht es jetzt nicht explizit um den Krieg, sondern eben doch die Politik dahinter und deswegen, also es ist in meinen Augen am ehesten noch ein Thriller. Spionage ist hier angegeben, aber das finde ich übertrieben und Historie, ja, ich weiß nicht, ob das historisch genug ist. Also als Historienfilm würde ich den auch nicht bezeichnen, da vernimmt er sich zu viele kreative Freiheiten, aber es ist im weitesten Sinne eigentlich, also wenn man es auf heutige moderne Sehgewunderheiten überträgt und da will der Film auch durchaus drauf hinaus, es ist eigentlich eine Whistleblower-Story. Janis Niewöhner spielt Paul von Hartmann, der erst ziemlich linientreu ist, so der ausgehenden Weimarer Republik und dann später sich völlig dreht und dann, ja, eigentlich daran arbeitet, Geheiminformationen über das, was Hitler wirklich im Sinn hat, nämlich keinen Frieden, dass er das dann an die Engländer weiterreicht. Und man sieht dann eben auch den Umgang von Neville Chamberlain damit, der hier von Jeremy Irons verkörpert wird und ich kann schon mal sagen, schauspielerisch ist der Film wirklich gut. Ja, gerade Jeremy Irons, muss ich sagen, hat mir hier noch am meisten gefallen und der Rast des Castes ist solide, aber solide ist eben da schon eine Enttäuschung, muss man sagen, weil auf dem Papier ist es ein großartiger Cast. Und deswegen hatte ich mich da auch wirklich drauf gefreut, weil ich mir dachte, hmm, gerade George Mackay, der hat den 1917 geglänzt, der war großartig. Jeremy Irons sowieso. Janis Niewöhner, der hat auch ordentlich was drauf, aber irgendwie von Jeremy Irons abgesehen, bleibt der Rast halt eben hinter den Möglichkeiten. Die sind irgendwie fast steril. Ja, das liegt auch daran, dass wir die nie so wirklich kennenlernen eigentlich als Figuren. Also das Ganze fängt zwar irgendwie an mit einer Heity-Tighty-Vorgeschichte von denen, wie sie sich kennengelernt haben. Also sowohl dieser Diplomat als auch der, ich weiß gar nicht, Sekretär oder was? Oder nee, Übersetzer, glaube ich, von Chamberlain. Also die Frauen zum Beispiel sind eigentlich nur ein schmückendes Beiwerk, die tauchen mal am Anfang und am Ende vielleicht so ganz am Rande auf. Ansonsten, ja, nimmt der Film sich tatsächlich schon relativ viel Zeit. Der ist, also mir ist der tatsächlich deutlich zu lang geraten gewesen für das, was er erzählt. Weil so eigentlich erst auf der Hälfte kommt das Ganze so wirklich in Schwung und entwickelt dann tatsächlich auch eine gewisse Dringlichkeit, die man auch spürt. Und was mir zum Beispiel auch gefallen hat, ist, ja gut, ob das jetzt so geläufig ist, aber Neville Chamberlain ist ja ein Premierminister, der dann abgelöst wurde von Winston Churchill. Ja. Und der hat ihn dann ja durch den Zweiten Weltkrieg geführt, die Engländer. Und Neville Chamberlain ist jemand, der auch dann in anderen Filmen und auch aufgrund von Winston Churchill meistens immer als sehr schwach und eigentlich schon fast als Trottel dargestellt wird. Und das hat mir hier gefallen, dass der durchaus differenziert ist und dass man auch merkt, ist nicht so, dass der völlig blind ist, aber der ist eben auch stark gezeichnet vom Ersten Weltkrieg, der auch hier noch gar nicht so lange her ist. Und man merkt, der will nicht mehr irgendwie auch so ein bisschen. Ja, der tut einfach alles, um einen weiteren Krieg zu vermeiden. Ja. Aber das, was drumherum halt eben passiert, das, ja, das trägt den Film einfach nicht so wirklich, muss man sagen. Also der Film versucht halt eben so klitzekleine Nebenstories noch mit einzubauen, aber ich muss zugeben, für mich hat der Film im Gesamten einfach nicht funktioniert. Schauspielerisch haben wir ja gesagt, bleiben sie, von Jeremy Irons abgesehen, hinter den Möglichkeiten. Die Story, die ist, wie du schon richtig gesagt hast, viel zu lang gezogen. Und zwischendurch gibt es viel zu viele, viel zu lange Durststrecken, wo entweder nichts passiert oder eben so unspektakulär, dass es einen nicht mitreißt. Und da hat mich der Film in regelmäßigen Abständen verloren. Also der hat für mich sich einfach unglaublich zäh angefühlt teilweise. Also ich habe irgendwie immer mal wieder auf die Uhr geguckt. Oh, jetzt noch eine Stunde, jetzt noch eine Dreiviertelstunde, jetzt noch eine halbe Stunde, jetzt noch 20 Minuten. Er wollte einfach nicht zu Ende gehen. Genau. Und ja, das, vor allem habe ich noch einen wirklich negativen Aspekt an der Besetzung. Und zwar. Lass mich raten, lass mich raten. Ich wette, da werden wir uns einig sein. Ja. Du meinst unseren Hitler, stimmt's? Ulrich Matthes, wusste ich doch. Ulrich Matthes, der in der Untergang vor etwa knapp jetzt 20 Jahren Josef Goebbels gespielt hat, da auch richtig überzeugend war. Hier spielt er nun Hitler und letzten Endes dreht sich ja dieser Film um Hitler. Er hat ja gar nicht so viele Szenen, aber er ist letzten Endes der Dreh- und Angelpunkt dieses gesamten Szenarios. Und dass er nicht überzeugt, nimmt dem Ganzen auch Dringlichkeit. Und ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, weil Ulrich Matthes passt überhaupt nicht. Er ist viel zu groß gewachsen. Du siehst deutlich, dass er praktisch als Hitler verkleidet ist und er spielt so sehr im Klischee, dass es teilweise schon eine Karikatur ist. Ja, also das war alles andere als überzeugend. Und noch so ein Punkt, der ein bisschen rausgerissen hat. Oder was heißt ein bisschen? Das hat einen total rausgerissen, wenn man den Hitler sieht. Und wenn man so einen schlechten Hitler in so einem ernsten Film sieht, dann beißt sich das. Das kann nicht funktionieren. Und das Gleiche muss ich auch die deutsche Synchro anhören, weil die ist nämlich in manchen Punkten auch wirklich sehr schlecht. Also da musste ich teilweise nicht loslachen, aber ich habe mir gedacht, oh Gott, ja, da waren jetzt keine Experten bei der Übersetzung dabei, bei der deutschen Synchro. Also, Jannis Niewöhner hat sich ja, glaube ich, auch selber gesprochen. Ich fand einige Szenen, da gibt es zum Beispiel eine, da sitzen die zusammen in so einem Lokal oder was auch immer und besprechen da offen eigentlich ihre Pläne, Hitler um die Ecke zu bringen. Also Jannis Niewöhner und ein paar andere Deutsche. Und dann denke ich mir so, weil im Hintergrund hörst du irgendwie eine Chansonsängerin und ansonsten ist da nicht großartiger Betrieb. Und dann denke ich mir so, ihr redet so offen darüber, wie dumm seid ihr denn bitte? Also, das wirkte für mich komplett unglaubwürdig und hat mich auch immer wieder rausgerissen. Da merkst du auch, dass der Film unter Corona produziert wurde. Da musstest du auch mal darauf achten, dass viele Sachen mit Schuss gegen Schuss gedreht waren, dass in vielen Szenen nicht mehr als drei, vier Akteure vorkamen meistens, bis jetzt auf größere Szenen. Also, das fiel mir schon auf und es schadet leider dem Film auch. Wobei man gerade in diesem Punkt allerdings auch anmerken muss, der Rest der Produktion ist gut gemacht. Also, wenn man jetzt zum Beispiel nach draußen geht, Fahrzeuge, Klamotten und so etwas. Ja, das war gut. Kamera ist auch gelungen. Deswegen also inszenatorisch kann man da auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Aber was halt eben die Umsetzung an sich betrifft und eben den Inhalt, ja, das sind dann doch wieder eher zwei Daumen nach unten. Also, der hat für mich tatsächlich einige Aspekte, die ich auch gelungen finde. George McKay finde ich halt auch ziemlich großartig. Der kann hier aber nicht so wirklich glänzen. Dennoch muss man sich den Mann echt mal merken, dass der könnte noch richtig groß werden. Sollte er, unbedingt. Aber dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit, dann lasse ich dir natürlich den Vortritt. Ja, also, mich hat der Film leider eher enttäuscht als überzeugt. Denn auch wenn, wie gesagt, die Inszenierung durchaus gelungen ist und einige Schauspieler hier und da ihre Momente haben, so kränkelt der Film immer und immer wieder. Man langweilt sich, man will, dass es weitergeht, man will, dass er zu Ende geht und es passiert einfach zu wenig. Deswegen leider mehr Schwächen als Stärken, was für mich zwei von fünf Sternen bedeutet. Ja, da bin ich ein bisschen drüber. Also, ich bin sehr zwiegespalten, was den angeht. Einige Aspekte finde ich gelungene Schauspieler. Aber irgendwie fehlt so das gewisse Etwas auch. Es gibt teilweise ziemliche Längen, wo man sich denkt, wann endet der endlich? Und dabei hat er eigentlich gar nicht mal so viel zu erzählen in Relation zu dem, was da an Zeit ins Land zieht. Deshalb bin ich auch so bei, ja, 2,5 Geheimdokumente. Kann man sich ansehen, muss man nicht, ist auf keinen Fall was fürs Kino. Auch wenn er eigentlich gut produziert ist und ich das schön finde, dass so Darsteller wie Jannis Niewöhner hier auch mit internationalen Schauspielern durchaus überzeugen können. Macht euch gerne eigenes Bild von, tut jetzt nicht mehr weiß wie weh, aber ist auch ein Film, den man sehr, sehr schnell vergessen haben wird. Ja, definitiv. Okay, dann, Werner, danke ich dir recht herzlich für die Besprechung. Ich danke dir. Und, ja, hören wir uns sicher wahrscheinlich auf ein Neues. Alles Gute euch. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.